so herzlich willkommen liebe world of warships freunde heute spielen wir mal wieder paar divisions gefechte ich bin reaper wir warten noch auf den teamkollegen aus unseren full metal jacket team ich hoffe der beeilt sich bis dahin drehen wir noch eine runde so mal schauen kurzen augenblick noch es gab ja gestern ein update zu world of warships die ganzen aktualisierungs version hinweise setze ich euch unten in meiner beschreibung und falls ihr noch kein spieler seit von world of warships da gibt es auch einen link damit könnt ihr euch registrieren da bekommt ihr von wargaming dadurch durch belohnung premium schiffe und sonst noch was für sachen also wie gesagt direkt bis der kollege da ist drehen wir mal eine oder mehrere runden das werden wir sehen bis dahin geht's los da würde ich mal sagen game on So, ich nehme mal den Bad Johnny. Ja, der Kollege ist noch nicht da. So, geht's ab. Es gibt wieder ein paar Fehler bei OBS Studio beziehungsweise durch mich. Ich muss mich noch hier mit länger verfassen, also bis dahin soweit der Livestream in Ordnung läuft, wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. So, da sind wir mal wieder. Ab geht's. Und ich fahre mal zu B. Ach, falsche Taste. So, volle Power. So, wie es aussieht, die Teamkollegen fahren auch alle zu B. Schön, schön, dann bin ich nicht allein. Freut mich. Ich hoffe, der Teamkollegen aus unserem Team kommt dazu. Gleich. Ansonsten muss ich die Beschreibung ändern. Sonst ist das kein Divisionsgefecht. Naja, werden wir mal schauen. Wenn er doch nicht kommen sollte, dann werde ich noch den Modus zu gewertete Gefechte wechseln. Aber das sind wir ja. Nachher. 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 Da ist schon mal ein Hühnerschrecke da, war leider außer Reichweite für mich. Wir schauen mal. Oh, habt ihr nie im Fokus, schön schön. Torpedos. Schön, Bad Gianni angezündet, wunderbar. Ach, Mann. Jetzt hat mich hier einer auf den Kicker. Ich brenne, ich brenne. Schnell abhauen hier. Noch erwischt, gut, gut. Ich versuche mich hinten durchzuschlagen, mal schauen. Bad Gianni. So. 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 na keiner da kurz mal aufklärungsflugzeug an vielleicht krieg ich dann ein ins ziel er ist doch noch bisschen weg aber vielleicht aber er ja der bad johnny von den gegnern der park da leider die fußoffe fehlt ich hoffe bad johnny kriegt ihn ab ja schön wunderbar jetzt gibt er aber gas jetzt gibt er aber gas hier der kollege nee das war leider nichts wieder verfehlt mein mann 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 komm schon ach menno berg im weg schön doch noch erwischt in bad johnny die runde werden wir verlieren schiffe mäßig sind wir unterlegen punktemäßig auch naja ein schlechter start mal gucken wie es sich weiterentwickelt na was los kann eine nähe Mist, Mist, Mist. Heute ist wieder der Wurm drin, ey. Irgendwo war der Kollege da. Oh, schön, ich bin alleine. Toll, wunderbar. Fantastisch. Leider verfehlt die Bayern. Jetzt aber noch ein paar Punkte machen, ey. Bevor ich draufge. Okay. 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 Und lass ich mal ein paar Torpedos ab hier. ob der die mitkriegt keine ahnung werden wir schauen ach verdammt ja toll 4 schiffe zielen auf mich 5 supi das war leider nix war sogar gewertetes gefecht ok naja so läuft hat eben ab zum hafen hey kollege noch nicht da dann drehen wir mal wieder eine runde wieder bei den gewerteten gefechten wenn er gleich nicht kommt dann muss ich doch die beschreibung ändern naja ok ok dann geht es jetzt weiter ab zum nächsten gefecht wieder mit bajoni moment moment ich will nur noch oh ist eine aufgabe dazu gekommen französische einheit verdienen sie 35.000 basis ep bedienung französischer schiffe oh gibt es eine neue fahne und wieder die blaue lagune tarnung ok auch bis 17 franzose 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 franzosen habe ich franzosen habe ich nur ein stufe 2 ja da werde ich mich noch beschäftigen mit ok ok legen wir mal los ab zum nächsten gefecht schranzösisch schranzösischer schranzösischer so, wieder die gleiche Map tja, wo fahren die Teammitglieder jetzt hin nach A und die Ds nach B, ok dann sollen die Zerstörer zu B fahren und wir gucken zu A sorry hmm voll der Power ok gut, 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 gut bis jetzt ist ok ja, ja, ja eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die macht Spaß hehehe wie schon erwähnt am Anfang es gab ja ein Update gestern dazu habe ich euch in meine Beschreibung einen Link reingetan und falls ihr noch keine World of Warships Gamer seid gibt es auch einen Link zur Registrierung also viel Spaß, Leute also viel Spaß, Leute das geht nicht das geht nicht dort geht nicht brenn 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 Fuso brenn ich brenn jetzt auch schitte Colorado ne die Cleveland die Cleveland kriegt jetzt ein AP ok so und brenn Cleveland brenn brenn oh Mist ey jetzt ja schön schön am Brennen ach mann ich brauche feuerunterstützung leute was ist los ihr schwimmt da alle hinten rum euer reaper braucht hier feuerunterstützung also macht euch mal ran da kommen alle auf mich zu jetzt hier aus den ecken wieder berg im weg kann nicht schießen verdammt ich noch mal da ist die bayern ja toll jetzt hat die mich abgeschossen wat finn mist ach verdammt ja dann schauen wir mal den anderen teamkameraden zu ich mach kurz mal hier diese ansicht und guck mal in chat rein so bis jetzt noch keine kommentare ok wie schon erwähnt gestern gab ein update den verlinke ich euch in meiner beschreibung unten und wenn ihr noch kein world of warships gamer seid da gibt es auch einen link da könnt ihr euch registrieren und mitspielen natürlich wenn dann benötigt ihr 64 bit format anders geht es ja nicht bei world of warships hmm Vielen Dank. Ach irgendwas läuft heute schief mit dem Livestream, also YouTube hat da irgendwelche Probleme anscheinend, weil es lädt immer wieder nach, immer wieder neu. Tja, könnt ihr euch gerne später nochmal anschauen, falls ihr Lust habt. Ich habe noch einen Link zum Registrieren. Also, hier ist die Bayern von uns. Schön, schön. Leider schippern dich hier nur doof rum, so wie es aussieht. Punktemäßig sieht gut aus. Schiffermäßig sind wir auf dem Gleichstand. 4 zu 4. Da ist noch eine Bayern. Bayern gegen Bayern. Supi. Dann schauen wir mal. Klasse. Das passt. Aber der Kollege fährt hier an die Randgrenze. Ah, dream up, dream up, kolige, dream up. Und dann schauen wir mal. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Mann, 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 kriege ich die drei Sterne zusammen, ey? Bis... Was? Nee. Probably nicht. So... So... Kohle, Signale und ein Modul dazu. Okidok. Okidok. Ok. Ich lade den mal ein zur Division, damit wir sprechen können, schon direkt. Anstatt darum zu schreiben. Ja, so. Ja. So ist das. Test, test, test. Was ist los? Was ist los? Wieso kann ich nicht... Ja, komm ich an. Ja, du kommst an. Mann. Was ist denn los? Ja, du kommst an. Du kommst an. Hallo? 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 Mein Gott, ey. Die Bauern auch hier. Scheiße, ey. Was ist los? Ach, jetzt. Ja, ja, ja. Bist du ja. Wunderbar. Hallöchen. Jo, hallo, hallo und herzlich willkommen zum Livestream. Oh, willkommen an unsere Zuschauer. Dat war jetzt aber nicht sehr begeisternd. Ja, weil ich gerade von was anderem begeistert bin, dass ich hier mal wieder Geld gelassen werde. Ah, so. Ok. Und ich darf meine ganzen Ziffer erstmal umbauen mit einer Papa-Papa-Placke, die ich noch im Lager habe. Ja, gerade habe ich auch bei den neuen Aufgaben zugeschaut. Die kann man aber mit Franzosen erledigen. Und da gibt es auch neue Pfanne und die Tarnung wieder, Blaue Lagune. Aber es sind nur 5 Tarnungen, die du für 35.000 Base EXP brauchst. Also das ist schon ein bisschen sehr hardcore. Ne, mir geht es heute darum, ich habe von den Papa-Papa-Flaggen 300% im Gefecht verdiente freie EP geben diese Fahnen. Davon habe ich noch 49 Stück. Du meinst jetzt Signale meinst du? Ja? Signale meinst du? Ah, Signale. Ja, es sind keine Flaggen, es sind Signale. Ist richtig. Ja, ok. Lang über die Berichtigung? Auf jeden Fall werde ich diese Flanken jetzt auf jedes Mal das Schiffen pflanzen, weil das sollte man sich dann schon irgendwo mitnehmen. Ja, sicher. Klar. Ja, ich muss auch hier ein bisschen optimieren. Wer ist schuld? Was ist schuld? Ich sagte gerade, wer das nicht mitnimmt und nicht ausnutzt, der ist jetzt da was zu lesen. Hm. Richtig. Das ist richtig. Ja, dann bin ich wahrscheinlich dieses ganze Wochenende vorbeirat auf Boston fixen. Ja, schön. Da bin ich dabei. 200% muss man irgendwo mitnehmen. Das dienen zu lassen, ist echt fatal. Tja. So, jetzt habe ich genug gehabt. So, Flagge. Papa, Papa. Einbauen. Und das nächste Schiff. Wunderbar. Es läuft. Ja, ich sehe gerade hier. Danke. Bei den Zuschauern für den Daumen hoch. Freut mich. Es geht weiter. So. Ja, ähm. Lass mich gleich nach dem ersten Gefecht mal wieviel Free EXP ich gekriegt hab. Oh. Weil das ist so ne Klamotte, die ist, äh, sehr heiß. Ja. Ja. So. Dann darf ich nur am Dienstag, ich wollte erst die Harten wieder rauszumachen, dass die Flagge aufgeführt wird. Ja, richtig, richtig. Das. Weil die setzt sich nämlich nur bei Events ein. Ja. Ja. Das darfst du nicht vergessen. Ja. Ja. Und als ich also 20 Schiffe hab, taucht das etwas. Doch so wenig. Hehehe. Ja, so wenig. Ja, ich bin ja, ne. Noch kein Volksprofil. Ja, ich auch nicht. Trotzdem hab ich 26 Schiffe im Hafen. Boah, dann hast du ja fast genauso viel zu tun wie ich. Ja. Ja. Und noch vier Plätze frei. Hehehe. Ja, aber. Ich bin in drei Minuten hier durch. Ja, ja. Kein Ding. Lass dir Zeit. Lass dir Zeit. Stell ein. Dann können wir dann besser zocken. Fliegen lassen. So, an die lieben Zuschauer. Wie schon erwähnt, gestern gab es ein Update. Den verlinke ich euch in meiner Beschreibung. Und wenn ihr noch kein World of Warships Gamer seid, da gibt es auch in meiner Beschreibung einen Link zum Registrieren. Also. Weiter viel Spaß beim Zuschauen. Ach. Kleiner Rippsler. Ach. Oder wie man das sagt. Ach. 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 Anstatt nur alleine hier rumzuschippern. Ja, ja. Noch vier Schiffe, noch vier Schiffe nämlich durch. Kein Problem. Ich warte. Ja, da ich ja noch 24 Millionen Kredits habe, könnte ich mir eigentlich noch ein paar Schiffe kaufen. Weil es so schön ist, weil das heute wie Weihnachten kommt. Ah so, okay. Ja, ich warte. Die haben mir auch gerade eine Anzeige da von Wargames angezeigt. Hier irgendwie 10% Gutschein oder so, was weiß ich da, Premium. Auf irgendwas kaufen und so. Nee, verzichte ich drauf. Also ich kaufe mir nichts hier. Wird wahrscheinlich bei dir auch irgendwann mal kommen mit der Zeit jetzt. Oh, und jetzt setze ich eine ganz besondere Fahne auf meinen Eisenhower Kapitän. Und zwar ist das der Drache. Drache? 333% Kapitän zu entdecken. Ah, ja, 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 der goldene Drache. Signal meinst du? Immer noch. Okay. Ganz genau. Ja, 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 verstehe. Ja, klar. Ja, die ist gut. Die ist gut. Die ist gut. Auf jeden Fall. Ah! Ja, dann sag ich auch mal hier. Dann Rock'n'Roll. Es geht los und Game on. Tja, siebener. Okidoki. Nehme ich den Drachen. Der Droche. Bereit. Und ab zum Gefecht. Ja, hoffe ich. Ich habe vor, bevor du reingekommen bist, habe ich zwei Gefechte gezockt. Gewertete Gefechte. Und da haben wir einen verloren und einen gewonnen. Was sagst du? Wo fangen wir lang? Also, ich würde nach rechts tendieren. Also, so jetzt G9. Ja. Ok. Wir haben keine Zerstörer dabei. Also, so eine Schlacht habe ich selten erlebt. Ja, richtig. Keine Zerstörer. Richtig. Das habe ich auch noch. Das ist Hollywood. Ja. Das ist so wie Hollywood. Also, noch geiler geht es nicht. Ja. Habe ich auch noch nie gesehen bis jetzt. Also, ein Zerstörer war mindestens immer da. Naja. So ist er dem. Die drehen auch langsam am Rad hier bei Wargaming. Naja. Auf jeden Fall. Also, dieser Signal ist auf jeden Fall wertvoll und gut. Also, den würde ich mit Bedacht benutzen. So, kurz mal die Funke an, um zu sehen, ob einer in der Nähe ist. Da sind schon mal zwei Flugzeuge. Wahrscheinlich von uns. Okay. Naja. Sind von uns. Okay. Na, wo sind die Hüner, Schrecker? Na, wo sind die Hüner, Schrecker? Da ist schon mal einer. Die Cleveland. Leider hinterm Berg. Naja. Cleveland hat 13,3 Sichtweite. 14,6 Schussweite, denke ich. Ja. 32,5 Knoten. Okay. Und die Gneissenauss ist auch noch da. Au, au, au. Schussweite 19,5. Sichtweite 15,7. Torpedo 6. Okidoki. Okidoki. Ah. Da hab ich dich. Ich hab die ganze Flotte hier vor. Ja. Was? Ich sag klar, ich hab die ganze Flotte hier vor mir. Naja. Da ist die, wie heißt die, 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 die Erwes, Erwes? Keine Ahnung. Den hab ich gerade auseinandergenommen, mit 17.000, die Ember Rals. Den hab ich voller mitgegeben, in der Zitadelle. Ok. Ja, komm schon, lade nach, schneller. Da brauch ich im Endeffekt gleich mal weiterspielen. So, auch nicht. Oh Mist, oh Mist, oh Mist. Was ist hier los? Und, warum warst du da? Ja, weiß ich selber nicht, eh. Ja, aber. Hm. Ja. Ich muss abhauen, auf jeden Fall. Ja, brauchst du mir abhauen. Was ist denn der Ding, krass? Ich bin ja noch gar nicht. Brauchst du mir abhauen. Die Torpedos kommen. Ja, musst du nicht kommen. Bang. Shit. Ja, toll. Verdammt. Aber vielleicht, kriegt die auch meine Torpedos ab. Nö. Schippert durch. Mist. Naja, wenden wir uns den Kollegen zu hier. Mit seiner Gneisenau. Ich kann mal sagen, dass du mir grad eine Degrasse überlassen hast. Ja, richtig. Leider. Ich wollte die versenken, ey. Oh, schön erwischt. Wunderbar. Zitadelle erwischt. Vorsicht, Torpedos. Hast du die aber platt gemacht. Warst du da? Hast du wild. Alles okay. Alles okay. Hast du die platt? Hast du die platt gemacht? So mehr oder weniger. Ich hab gerade 47.000 Schaden gemacht. Insgesamt. Okay. Schön, schön. Wunderbar. Es läuft. Ich überlege gerade, ob ich mich mit den Nagato anleghe oder mit dem Gneisenau. Aber ich glaube, den Gneisenau ist gleich weg. Ja, also ich seh da nur die Nagato und Gneisenau ist da hinten. Ach, mach mal, geh. Ja, ja, ich seh es. Das Geschenk. Geh mal lieber. Nee, da würde ich. Ja. Geh mich auseinander, die Cleveland. Tja, das sowieso. Das sowieso. Aber Vorsicht vor dir. Nagato, Mutsu und Allerie. Von vorne? Okay, gut, danke. Ja. Auch da, mir kommt keiner von der Flanke rein. Von vorne ist mir egal. Okay. Weil ich billiger bin und damage machen. Und das nicht ohne. Ja, so wie es aussieht, ist die Allerie gleich auch platt. Aber das macht mir nicht viel aus. Von vorne ist das relativ egal. Aber da ist jetzt noch die New Mexico dabei. Also mein Fokus ist auf der Cleveland. Ich hoffe, die nehme ich jetzt raus. Ja. Ja, ja, klar, bestimmt. Pass. Muss nur richtig ziehen. Gut, der Rest kriegt der Pell fast alleine hin. Hehehe. Wie, willst du keine Punkte machen? Hehehe. Okay. Okay, checke ich mal den Chat ab. Nix los. Das Problem ist ganz einfach, dass ich hier zu viel vor mir habe. Ja, richtig. Richtig. Das ist richtig. Das ist richtig. Ja, hoffentlich. Ne. Also heute läuft irgendwas bei YouTube schief. Mit dem Livestream. Was da verkehrt ist, keine Ahnung. Immer wieder wird der Bildschirm nachgeladen. Okidoki. Also bleibt stehen und dann wird er nachgeladen. Und ja, aber trotzdem, es läuft. Und die Zuschauer sind da. Und ansonsten kann sich jeder später anschauen. Da haben wir einfach von der Seite auf mich geflogen. Von der Seite. Moment. Ich bin drin wieder. Ähm. Ne, ich sehe da nichts. Außer rechts ist die Mutsu. Da kommt die Nagato von vorne. Und die New Mexico. Ja. Beziehungsweise von hinten. Ich weiß ja nicht, wie du jetzt stehst. Hinten, vorne. Da kommt die Gneisenau her. Ah, da. Da, 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 da ist die Gneisenau. Okay, hat die sich gezeigt. Ja, ja, ja. Also aufpassen. Aufpassen. Ne. Und dann noch von der Seite, gerade aufgeblickt, bei der Belfast. Ja, wegen der Gneisenau bin ich jetzt tot. Ja. Das finde ich jetzt auch nicht gut. Kreuzfeuer, ey. Ja, soll ich machen? Ja, was? Ja, schon. Kreuzfeuer. Tja, schade, 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 ey. Schiffsmäßig und punktemäßig sind wir noch überlegen, aber es kann sich ja noch ändern. Oh, 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 ja, toll. Wo kam die noch her? Ja, keine Ahnung, habt ihr auch jetzt zu... Ah, das ist scheiße, sowas, oder? Ja. Habt ihr auch erst zum Ende gesehen, jetzt? Wat für'n Dreck. Und wieder verschwunden, und wieder da. Ey, wat soll dat denn für Mist? Diese Tarnung, ey, die müssten ein bisschen optimieren bei Wargaming, ey. Wie sieht das Team überhaupt aus? Danke, Kino. Kreuzfeuer ist gleich im Arsch, okay. Unsere drei Schlachter sehen noch gut aus. Ja, die haben noch genug Power. Leider gehen die Punkte wieder runter, ey. Wir hatten schon über 400. Schlecht, ganz schlecht, ganz, 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 ganz schlecht. Ich hoffe nur, die Jungs gewinnen das. Ja, hoffe ich auch. Weil ich hab 100.000 Schaden mitgenommen, besser kann die Hand nie laufen. Ja, dat is schön. So, Leute, bemüht euch mal ein bisschen da, ey. Unsere Nagato schippert hier irgendwo rum, da, ey. Ich weiß nicht, was wir davor haben. Unser Dankeschön ist gleich so. Ja, ja. Sehe ich, ja. Mal haut mal rein, da, Leute. Wozu ist schon mal raus? Wat für ein Mist, ey. Ja, ganz große... Mein Gott, nur weil der mir in die Flanke gefallen ist. Mann, nee. So ein Mumpitz. Er ist nicht vom Lachen, er ärgert mich. Naja, sicher. Dat is klar. Dabei macht er da, warum... Boah, ey. Sehr schön, Leute. Ach, Leute, ey, was baut ihr da für einen Scheiß, ey. Ich denk manchmal, ey, ich zock alleine hier, ey. Das ist doch die Runde, die Jungs. Voll am Versauen, alles, ey. Fad geht ab, ey. Wir waren so gut am Start, ey. Ja, das ist einfach nur die Neusenauer, die mir gleich in die Flanke gefahren ist. Die König baut auch hier, voll scheiße. Ja, weg ist sie, ja, super. Jetzt haben wir drei Genei. Noch die Nagato. Aber die schippert da irgendwo. Schafft die auch so nicht. Ist scheißegal, was die macht, die ist tot. Naja. Punkte haben sie jetzt auch natürlich. 200 Punkte mehr als hier. Können wir also rausgehen. Das muss gelaufen. Ja, ja, richtig. Das... Das muss ich mir jetzt nicht noch geben. Das reicht nicht, dass das jetzt so scheiße gelaufen ist. Richtig, das wird nichts. Also ab in den Hafen. Eben, eine Drachenflagge weg. Mann, 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 ey. Das ist doch Mist. Was bauen die hier, ey, die Idioten? Ach, ey. Ne, nee, nee, nee. So. Das ist mir ärgerlich für die Drachenflagge. Ja. Weil das wäre noch mehr aus und das wären mindestens 40, 50.000 EXP für Mann, äh, Käpt'n gewesen. Mal eben so. Ja, richtig, richtig. Das hoffen ich mal in alle Tage. Wat fin' Dreck, ey. Echt? Sobald man... Ja, keine Ahnung. Ich hab das Gefühl auf jeden Fall. Sobald man aus dem Gefecht ausscheidet, bauen die nur scheiße. Irgendwie. Und deswegen denke ich manchmal, dass ich alleine da zocke, ey. Ja, normalerweise würd ich jetzt noch da mitspielen. Aber den Reisenau ist mir leider in der Flanke gefallen und da konnte ich nichts mehr machen, weil von drei Seiten gleichzeitig geht nicht. Ja, ja, richtig, richtig. Von vorne ist kein Problem, aber von der Seite, von hinten, von vorne her ist irgendwann mal fein Abend. Auch für mich. So, Sechser, dann nehm ich Graf Spä. Oh, jetzt haben wir... Moment, warte mal kurz. Ja, ja. So, was haben wir jetzt hier für eine Information reingekriegt? Neu, naja. Teamleitung war ich erster. Jetzt haben wir ja fast klar. Okay. Jetzt hab ich's natürlich so, wenn sie am Team dann wieder verrickt sind. Naja, richtig. Ich bin vorletzter, ey. Shit. Na ja. Ja, jetzt sind die Kappe. Also, Free EXP waren jetzt 715. Kapitäns EXP 10400. Okay. Wenn die jetzt mal 333 hektens, bist du bei 33.000 EXP. Hm. Die nicht die Nummer 1 hat. Ja, ja. Und die anderen EXP, die freien EXP werden jetzt auch noch mal 4, werden auch noch mal 2800 gewesen. Hm. Das wären locker 50.000 Kapitäns EXP gewesen. Tja. Herzlichen Dank an die Versager. Hehehe. Tja, leider, leider, leider. So läuft es. Tja. Und? Hopp. Was? Auf ein neues. Ja, sicher. Auf ein neues. Ich nehm Graf Spee. Ich nehm Graf Spee. Ab zum Gefecht. Stopp. So. Das hätten wir noch gewonnen. Doch ich sehe, ich bin aus dem Lockerbuch zu tun geworden. Hm. Tja, tja. Tja, tja. Das tut eben, wenn es aber versoratiert. Richtig, richtig. Allertes recht mit dem Nalzimmer war jetzt wichtig. Müssen wir jetzt nochmal spielen. Leider passiert das viel zu oft. Ist egal. Ich fahm's jetzt nur EXP an. Da gibt's mir jetzt die Begarung. Ich hab' mir also nicht am Personalzimmer, aber gerade wichtig. Ja. Mann, 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 Mann. Ich hab' so Angst. Hm. So, also. Ich würd' mal sagen. Ist da die Blaue Lagune dran drauf oder was ist das? Ja, ja. Richtig. So tut's aus. Jo. So, ich würd' mal sagen. So, in die Richtung von E, D, 2. E, D? E, D. D, 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 D. Wie Doro. So, das ist halt noch rum. Ja. Okay, komm, wir machen. Da muss ich meinen Hintern nur jetzt einmal um 180 Grad drehen. Ich wollt' mal sagen, wo es offen ist, aber okay. So. Dann. Ich hab' mich über den ersten Salbe schon gewundert, wer da noch auf mich schießt. Ja, dann liegen wir also noch nicht platt gemacht. Ja. Tja. Äh, wo wolltest du jetzt hin? E, G, wo hin? E, oder D, D, 2. 2? Ja, ja. Und fahr hinter mir. Okay, ich brems ab. Wenn nicht, dass da wieder nach zwei Minuten platzt. Oh, da kommen jetzt die Flugzeuge. Flugabwehr an. Nö, ich würd mal die Richtung wechseln. Die kommen da alle hin. Nö, nö, nö. Wechseln wir die Richtung. Also, G, 9. Das ist zu spät. Halte ich hinter der Magie und hinter mir. Okay. Fahr einfach zweiter Reihe. Ganz normal. Ja, wir fressen die Granaten und du ziehst ab die drauf. Ja. Tauppies kommen. Das Backbord. Vorsicht. Ich versuch dann auch irgendwie auszweichen. Stopp. Stopp, 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 stopp. Nö. Egal, ich kann mich noch aufladen. Oh, da ist noch ein Zerstörer jetzt. Den hab ich nämlich auch nicht gesehen. No. Willkommen wieder, Torpedos. Stopp, stopp. Die Miyoko. Komm, laden nach. Ich muss die mal abballern. Ich muss die mal abballern. Was ist los? Habt ihr nicht getroffen? Hä? Wie geht das denn? Ach, komm schon, laden nach. Jetzt aber. Nun, Modul beschädigt. Keine Punkte. Ja, super. Kann ich noch mehr fressen. Hau da ab. Was? Ich kann nicht noch mehr fressen. Hau da ab. Warum ist der Platz? Ja. Ja, komm schon, laden nach, ey. Der Typ mit der Magie hat auch irgendwie Todesdienst, der muss doch klar sein, was da gerade läuft. Ja. Ja, irgendwie nicht. Hat der anscheinend Knick in der Optik, oder? Aber das weiß ich, ey. Ja, ja, ich seh's. Ah, nimmt er die Raupen. Amagi hat die Miyoko rausgenommen. Ja. Aber wir haben ein ganz anderes Problem. Gleiches. Meine hat Down, die Carriero ist noch da. Ach, diese. Ach, Berg. Ja, super. Mein Gott. Was für ein Mist. So, machst du Landgang? Ja. Leider. Ja, Magie ist weg. So, komm, 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 komm. Bewegt dich. Vorwärts. Vorwärts, Kollege. Und drehe, 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 drehe. Äh, was für ein Mist, ey. Ich hab die Carriero nochmal mitgegeben. Ja, ich muss mich weiter an der Front verteidigen. Das passt so da nicht. Was läuft denn hier ab, ey. Ach, ich hoffe nur, dass die Jungs da hinten jetzt nicht auf mich ballern. Wenn die Tierpitz und die Nagato muss ich jetzt gleich mal liefern, dann war es das. Ja. Dann gehe ich nämlich ganz schnell baden. Ich muss die Nagato jetzt etwas nützen und so auf die nehm ich ab. So, die Jörg. Ja, die ist gefährlich. Boah, was ist los? Habt ihr nicht getroffen? Was soll das denn? Ja, die ist gefährlich. Die müssen wir noch passen mit der. Wer geht sie? Ja. Ich sag, die Bahn hat Tor. Da war eine Zitterte von mir. Ja, die D ist weg. Ja, die Tarnung. Ich check das nicht, ey. Komm ich da durch oder fiel auf das Maul zu? Ja, toll. Wer hat mich jetzt erwischt? Die scheißen Nagato bei der anderen Seite, ey. Toll. Ich weiß nicht, was ich da nicht in der Nähe. Ich weiß nicht, was ich da nicht in der Nähe. Mähne. Okay. Eine Seefahrt, die ist lustig. Boah, der mit den Angasen macht auch einen Fahrrad in den anderen. Der stellt die Parats gegenüber eine Nordgar oder einer. Boah, ey. Tja. Bei der Schufe müssen die Jungs da mittlerweile wissen, was da spielen und wo sie angrabbar sind. Richtig, aber vielleicht sind das Neulinge, wer weiß. Aber nicht mit so einem Schiff. Ja. Es gibt ja auch nur jetzt sogar die... Ja, ist nur blöd, wenn der ist absurd. Ja. Jetzt haben die die... Boah, was? Leander, genau selben Grunsch. Statt die Bars hatte ich hin. Ja, ja, ja. Pass auf, jetzt gleich gehen sie auf mich los und sagen, da bin ich schuld. Ja. Das ist das einzigste intelligent gespielte Beruf war. Ja, komm, 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 ich seh dich, ja, ich seh dich. Okay, die packt da. Ja, ja. Wenn ich die größteste Tag zur Welt, aber nicht, das hätte ich jetzt rausnehmen. Brenn. Brenn, du Sau. Komm, nochmal, ladenach, schneller. Ja, komm, ja. Ja, gleich ist sie weg. Ja, ja, ja. Ja, weg ist sie. Schön. Da ist noch ein Zerstörer. Ja, das ist klar, da noch einer ist. Der gehört dir. Ja. Und ich habe den, ich habe den, ja, ich habe den gekriegt. Ich habe den gekriegt, ja, super. Oh, Torps. Äh. Ja, sieh. Mist. Fitter, fitter. Fitter. Naja, passiert jetzt. Oh, shit. Shit. Oh, shit. Nein, da ist schon mal ein Flugzeug drin. Ich fuckle ihn ab. Ich fuckle ihn ab. Okay. Komm schon, komm schon, ladenach. Ladenach, komm. Nö, nö. Den habe ich. Auf den Kicker. Und bevor der mir gleich noch das Stück zur Hölle macht, schieße ich da über einmal drauf. Und dann die auch weg. Module schon mal zerstört. Ich will, dass du brennst, Junge. Da kommen wieder Torpedos, die greifen mich gleich an. Ah, schön, brenn, brenn, du Sau. Dann können wir nicht mehr schlafen, ne? Ja, die Flugzeuge kommen jetzt auf mich zu. Ja, toll. Keine Zitadelle. Ah, ist egal, du hast Falter. Falter holen die runter. Naja. Oh, 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 ich habe geschlafen. Ich habe gepennt. Aber ganz schnell, ladenach. Aber ganz schnell. Mal laden doch nach, Junge. Toppys, komm. Hilfe. So schnell wie möglich versinkst. Ich habe eine Tierpizza am Arsch. Äh, ja, ja. Ich bin rüber. Gut. Ja, ja. Wie gesagt, jetzt hört du ihn so schnell wie möglich versinkst. Ja, versuche ich. Klar. Ach, Mist, ey, verfehlt, ey. Shitter. Aber wie gesagt, ich habe hier eine Tierpizza. Und der hat noch 60.000 Hit-Points. Da kann ich auch mit der Bayern nicht mehr viel machen. Junge, du packst da. Schön Zitadelle erwischt. Achtung. Ja, ich sehe es. Nagato, siehst du, dass du ihn rauskriegst. Ja. Kriegst du das noch hin? Ja, ja. Krieg ich. Komm schon. Lade nach. Lade nach, Kollege. Der ist gleich platt. Der steht da. Und wieder Zitadelle. Schön. Und weg ist der Wix. Alles klar. Alles klar. Gut. Weg ist er. Ja, ja, ich komm. Ich komm. Ja, ich komm. Ja, geil gelaufen. Supi. Na, komm schon. Turbo. Ja, die Runde haben wir in der Tasche. Noch nicht. Ja, aber vier gegen zwei Schiffe noch, ey. So. Die stehen beide bei uns im Cap. Ja. Aber wir sollten das eigentlich schaffen, hast recht. Gutes Spiel. Ja. Respekt. Es läuft. Super gelaufen. Schön, schön. Dat freut mich. Na, die haben resettet. Schön. Haben wir gewonnen. Ich hab's ja erst hier nehmt einen Tipp an, bevor... Spitter, spitter! Wunderbar! Hehe, hehe, eh?! Ne? Maganino... Ne? Wie viel EXP hast du jetzt? EXP... ähm... Meinst du die EPs? Ja, übrigens Teamwert und ich bin erster. also ich habe also ich habe 4461 eps und freie freie eps 896 hatte ich bis jetzt noch nie supi und ich bin erster in der wertung es läuft würde ich sagen soll zum container sammeln ja mach das ich guck mal kurz im chat oh ja sepp becker okay gut zu wissen kreuzer und schlachtschiffe mit ap beschießen und zerstörer mit he beschießen so machst du mehr schaden guter tipp danke danke so lionel moset moset bsr verstehe ich nicht keine ahnung was du damit meinst ist aber okay ja ich wünsche euch noch weiter viel spaß beim zuschauen ich bin wieder im spiel und je nach möglichkeit wende ich mich den chat zu so ab geht's ich check mal ab hier muss neue tarnung dran machen so ok 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 ich bin noch einmal im blick nicht bereit ja ja nö lasst ihr zeit lasst ihr zeit ich bin noch einmal auf nicht bereit weil ich will noch weiter verstärken mach das mach das ich rede einfach zu ich will gleich durch die decke gehen ich will gleich durch die decke gehen hehehe ja ich hab den roten drachen auch noch mit drauf die sind nochmal plus 100% jo noch mehr geht nicht also jetzt fahr ich hier wirklich unter voller losse ja noch mehr gehen ja also wenn ich jetzt wirklich in dich dann könnte das 70.000 ep geben für mein bo ja wo ich jetzt hoffen wir wir gewinnen ne guck mal die daumen guck mal die daumen das hat jetzt hinaus hm so die neusten ok ab geht's zum nächsten gefecht so wo lang wo lang denn wo lang denn leise sebeka ich will auch die missouri haben leider habe ich nicht genug apps also bei mir dauert das noch mit den apps f10 obwohl ne blödsinn f1 ok ok das ist von der links haben wir uns ja ja wie schon gesagt sebeka ich werde mir die missouri auch anschaffen aber da dauert noch lange bei mir ich habe nicht genug freie eps ich weiß also 750 1000 eps braucht aber ich habe erst mal so an die 30.000 also dauert noch für die missouri die kann man die kann man erspielen das ist von premium schiff aber kann man erspielen mit 750.000 freien eps und ein credit ja wenn du das hast wenn du das hast dann ja ich müsste umwandern also ich müsste 600.000 eps umwandeln die habe ich aber noch im pool ah das lohnt sich dazu hört euch das mal an der kollege hat hier eine bank da kommt ein zerstörer vorsicht naja sicher ja richtig das ist es ja deswegen stecke ich auch kein geld rein hier wenn es nicht sein müsste deswegen achte ich richtig drauf ob es sich lohnt oder nicht ich habe ja schon bei world of tanks den rudy geholt für 20 euro aber das nur deswegen weil ich die serie sehr mag die 4 panzer soldaten und hund und deswegen habe ich mir den panzer geholt da ist mein lieb ist mein lieblings panzer deswegen die new mexico verfehlt ja ich pass jetzt auf die new york new york new york ist scharf auf mich ja wie gesagt fahr hinter mir ach da bist du ok ja 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 man kann halt auch anders spielen ja sicher erst der zweite reihe und ballast seine granaten achtet die dinge anfangen zu brennen sicher weil ich kann auch granaten fressen immer mit taktik spielen das ist richtig so den 2 2 überlegen das heißt wir fahren so und so nach hinten wer ist da noch seitdem da ist noch ok na komm schon ladenach j 5 bitte fahr mal nach j 5 j 5 ja dreh ich ja jetzt versuch die drei jungen zimmer anzustecken ja das versuch ich ja ja so die new mexico brennt schon mal hehehe oh jetzt jetzt krieg ich die ab oh shit zitadelle erwischt ey verdammt du sollst hinter mir fahren dann machst du das schon wieder vor mir dann kannst du schon wieder vor mir rum ja ich dreh du wolltest zu j 5 ja richtig aber du sollst auch hinter mir fahren ja der andere brennt auch schon ich fahr ja auch hinter dir hehehe guck mal die machen ja gerade ein sandpitch hahaha ja ja haha ja ja richtig ganz toll hahaha ja haha vor allem soll mir noch pass auf dass du nicht absäufst ja vielleicht sollte ich nicht die drei schlachtstoffen stellen das hilft mir jetzt nicht wenn du es absäufst ich halte mich schon auf rambo hehehe weil er ist nicht wirklich was bedrohlich ist bei ok ja du kennst dich da bisschen besser aus ja ja ich halte das hier schon durch neumeksiikoo boah die schießen immer noch auf dich shit alter ja hau ab ich halte dir auf die neumeksiiko ist voll geil auf mich Warum ist die Gleisen auch nicht stehen geblieben? Warum ist die abgehauen? Tja. Mann. Sind da ein Haufen Amateur wieder? Okay, ich muss aber auf HE gehen. Das bringt doch nichts. Ja, Mann. Der Kollege sollte stehen bleiben. Der sollte nicht abhauen. Der ist ein Idiot. Echt Idiot. Brenn. Wir müssen ihn allein aufhalten. Brenn, New Mexico. Brenn. Ach, die soll ich hier aufhalten bitte zu hören. Hat die sich direkt repariert, ey. Die ist so hier, ey. Ja, ich gehe jetzt auch auf HE. Ach. So wie ich höre bin ich. Ich gehe jetzt auch noch mit an. Bin ich an der Mapgrenze. Oh. Dreh, dreh. Das ist okay. Alles gut. Dreh, dreh, dreh. Komm. Da haben wir noch 50.000 Hitporns. 50.000. New Mexico, du gehst drauf. Das schwöre ich. Brenn. Ja, schön. Und weg ist sie. Ja. Wunderbar. Gehört mir. Guck mal. Gehört mir. Ja, bin ich dran. Ich wusste, dass sie mir gehört. Du gehörst mir. New York habe ich gerade angesteckt. Okay. Hat er weg gelöscht. Ja. Ah, die Tarnung. Nein, da ist er wieder. Schön. New York hat schon mal einen abgekriegt. Wunderbar. Brenn, New York. Brenn. Wenn die New York raus ist, dann schnapp ich mir weg die Bayern. Okay. Und schon wieder brennt die New York. Wow, Alter, das geht dich heute ab hier. Schon 46.000. 48.000. So, jetzt geht direkt auf die Bayern los. Alles gut. Alles gut. Jo. Schon 48.000. Fast 49.000. Alter, und jetzt. Fein kann mich immer nur hinter mir fahren. Scheiß geil, was ich mache. Jo. Immer nur hinter mir. Jo. Okidok. Leute. Haha, ich hab die angesteckt. Haha, es brennt. Es brennt. Hehehe. Gott, jetzt kann die Bayern zeigen, was sie kann. Ey, Leute, kümmert euch hinter euch. Äh, für, äh, bei der, wie heißt die? Gneissnau. Ja, auf die Gneissnau und Scharnhorst, Alter. Die anderen. Sollen sie sich drum kümmern, da. Habt denn das mal. Ja. Wär schön. Ich kann kein Englisch, wie gesagt. Dann schauft einfach auf Deutsch. Du kannst nur Deutsch spielen. Ja. Die meisten. Ja, Mayday, Mayday, Mayday. Was seid ihr für Lappen, ey? Mayday, Mayday, Mayday. Klar kann es passieren, aber trotzdem. Also nur 16.000, ist alles gut. Jetzt weniger. Ach, da ist noch eine zweite Gleisung noch. Ja, ist alles gut. Oh, scheiße. Jetzt weiß ich auch, warum da einer Mayday gespielt hat. Äh, brenn. Ja, wir gehen ganz schnell um. Und zwar CV ist ein Gefahr. Dreh mal. 180 Grad Wendung. Schalt auf die Bayern. Brenn, Bayern. Brenn. 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 Hahahaha, gehört mir ja. Ja, und gut gemacht. Ja, du darfst mit dem Kreuz halt nicht in der ersten Frontlinie fahren. Dann ist der Unterschied. Sopi. Wunderbei. 53.000 punkte heftig heute läuft es hatte ich schon lange nicht mehr so viele punkte leider sieht nicht gut aus denen die idioten hinterher schippen anstatt sich um den scharnholz und gneisenau zu kümmern ok ich bremse aber shit wie ist das denn jetzt ja deshalb sage ich ja sofort abdrehen und für mich fahren was machst du doch den mord ach mist ey ah super scharnholz hat mich erwischt verdammt die zitadelle erwischt mein gott englischer kreuzer fattchen scheiß und ich bin auch tot da ist ein bisschen Atlanta die mich jetzt abwackelt so liebe zuschauer wenn es euch bis jetzt gefallen hat lasst mir einen daumen hoch da feedback in den kommentaren und abonniert mein kanal ansonsten läuft es weiter heute danke sabbaker ja ich sehe es immer durch am bauern punkte mann wieder verkackt ey ah jetzt wurde ich die drachenflange auf dem ding drauf abgewinne ich nix mehr das hatte ich schon irgendwie ein gefühl so ein scheiß so ein scheiß ey verdammt nochmal verdammt nochmal ey verdammt nochmal ey und leute ich bin kurz mal efk wir sehen uns gleich wieder ja vor allen Dingen war es vierter ne ok ist aber nur jo und und bu au du gl Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. Weißt du Bescheid, ne? Ja. Schön, schön. Und Free EXP 150.000. Sollten aber heute noch ein paar mehr werden. Okay. So einen englischen Siebener, den kann ich mir auf jeden Fall schon mal instant holen. Das Schlachtschiff, das neue, was rauskommt, die Nelson. Ah, okay. Das wird auch einer meiner Lieblingsschlachtschiffe sein, weil das ist der einzigste Wiener mit 14 cm Kanonen. Das stelle ich mir also auch recht lustig vor, damit ich nicht so fahren. Alles Frontkanonen. Neun Stück vorne raus. Schön, schön. Das freut die Gemüter wieder. Mach ich mir jetzt weiter Stress oder mach ich jetzt den Regen? Nein, komm. Herzinfarkt krieg. Ich mach euch noch ein Herzinfarkt krieg. Ich mach euch das lieber so. Ey. Fitter, fitter. Ja, sicher. Okay. Ich bin ein tolles Wochenende. Tja, so. So. Bereit. Okay. Gut. Dann mach ich mich auch sofort bereit. Moment. Ja, danke lieber Zuschauer. Für den zweiten Daumen hoch. Wenn es euch bis jetzt gefällt. Immer weiter so mit dem Daumen hoch. Und Feedback in den Kommentaren. Und lass mir ein Abo da. Würde ich mich auch freuen. So. Los geht's. Bin wieder im Spiel. So. Wieder siebener. Okidok. Und immer wieder gerne mit der Dragon. Sehr schön. Das muss mal alles abhackeln. Ja. Das machen wir. Ja, mir geht's nur darum, dass ich unbedingt noch dem Kapitän noch einen Vorschuss mit mir geben kann. Oder einen Skill, wie man das hier nennt. Ja. Weil dann reicht man nämlich mal eine Flak um eine Sekundärbatterien ungefähr 20 Prozent weiter. Oh, schön schön. Und das sind bei 5,5 Kilometer auch schon wieder so 1,5 Kilometer mehr. Ja, sicher. Interessant hat das auch für Bismarck, weil die hatten nämlich eine Reichweite von 7 Kilometer auf der Flakten auf die Sekunde, ja. Okay. Deshalb gilt es nicht. Okidok, ja. Machen wir was machen wir. Gute Frage, nächste Frage. Ja, ja. Also, ich weiß nicht, ich guck mir das jetzt an, wo die Bayern hinfährt, der Heideggs, und fahr dem hinterher. Okay. Sofort. Dann jetzt hier alleine los zu eiern, das ist ein bisschen ungerlich. Und so läuft, dann mach die. Dann in der Mitte. Ja, ja. Die Bayern fährt mit, so wie es aussieht. Ja, ich hab' den DD mit und versuch' den ein bisschen zu supporten. Hm. Der hat sagt, der Artillerie, ich hab' den selber, den Nikolaus. Aber wenn er auf 2 trifft, dann sieht er nämlich auch nicht mehr gut aus. Okay. Also, wir fahren erst mal nach E2. Jo. Okayidok. Die Bayern fährt, die fährt nämlich, nach innen. E2? Hab' ich jetzt richtig verstanden. E2? E2, ja, E2, genau. Ja, weil du... Aber ich glaub, da kann man einen Haken hinterher machen, ich bin bereits offen. Weil du fährst ja auf E9. Podowolski oder wie auch immer das Ding da heißt. Podvoi... Podvoiski. Podvoiski. Okay. Kann man da trinken? Kann man da trinken? Kann man da trinken? Podvoiski. Ja. Ich bin da. Oh oh, nicht gut. Nicht gut. Wer fährt denn da noch mit mir? Was ist das da? Ich fahr hinter dir her. Ja, das seh ich. Aber da ist noch ein paar zu verliessert da. Fahrgut. Bongo ist da noch. Okay. Und Fahrgut auf jeden Fall auch hinter dir. Natürlich. Ja. Aber du hast dich vertan. Du fährst ja nicht Richtung E2, sondern Richtung E9. Ja, das ist doch hier 2. Unten steht eine 2 und ansonsten E. Ja, ja, ist klar. Nee, bei mir... Bei mir steht E9. Auf dieser Seite. Hä? Ja. Wie geht das denn? Auf der Map. Ach nee. Nee, nee, nee. Ich hab mich verguckt. Sorry. Ich hab jetzt... Ach, Mist. Nee, nee. Verdammt. Irgendwie ganz so betrunken bin ich heute noch nicht. Nee, nee, sorry. Mein Fehler, mein Fehler. Ja, richtig. Ich hab mich verguckt. Also, ich hab jetzt hier knickende Optik gehabt. Ja, ja, ja. Ist schon richtig. Wir fahren zu E2. Oh, oh, oh. Königsberg. Was willst du von mir? Ja, aber... Die Witter ist nicht stärker. Was will die dreckige von mir? Ich hab's nicht mehr stärker. So, lassen wir mal ein paar Bombs ab. Ah, jetzt dreht die ab. Jetzt dreht die ab. Das Schöne an der Schachtdorf ist, dass ich Schnellfahrerkanonen hab. Okay. Nachleidezeit von sieben Sekunden. Oh, schön, schön, supi. Muss ja nur noch irgendjemand platzen. Ja, dat ist richtig. Irgendwas hab ich nicht weiter weggeschossen. Ich weiß nur, wie ich was. Ich hab leider daneben geschossen. Aber da ist sie auch schon raus. Ja, die Omaha ist noch da jetzt. Omaha ist ein Kreuzer der Fußgaffung. Da mach ich mir relativ wenig im Kopf drum. Jo. Ich will wahrscheinlich froh sein, dass das dein Leben hat. Jo. Das ist doch so. Der ist im siebener Gefecht gehabt mit dem Zumba. Also, ich bin da immer froh, wenn ich da raus bin. Und sowas. Ja. Ich hab mal so wie die Volk, dass wir machen. Hinter ne Insel und fang an zu ballern. Ja. Ziel ist die New York. Okidok. Bin ich dran. Ja, bin ich dran, wenn ich den Fokus krieg. Ja, komm, komm. Na? Ja. Der interessiert mich noch gar nicht für mich. Jetzt hab ich dich im Fokus. Schön. Einen abgekriegt hat die. Komm. Ich glaub, der war es ja der Tuch. Besser macht er uns mehr. Ja. Ja. Du könntest das Ding jetzt nochmal anstecken. Irgendwie geliebt mir das nicht. Ja, mir auch nicht. Jetzt aber. Fackel. Fackel, du Sau. Oder her, dran schießen. Ja, jetzt wird er mit drei, drei und siebener Tipp von uns, wird er noch los. Ja. Und weg ist sie. Er hat sie jetzt auch schenken können. Ja. Manchester, rein. Ey. 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 Jut, Jut, dann fahren wir mal mit der Front. Er hat jetzt gar keinen Bock mehr auf mich zu schließen, weil ich so schmal bin, dass er mich so und so kaum trifft. Und wenn er mich trifft, trifft er nicht mal eine Zitadelle. Ja. Ja. Ja, doch. Doch, doch. Aber der auch bestimmt nicht, weil ich gerade gut fest war. Wie ist er? Kommen wir in fette Schäden. Das gehört demnächst auch immer. Schön schön. Vor allen Dingen ist das ein absoluter Anfänger, weil er schießt HE auf den Kreuzer. Ja. Weil ich jetzt mal so kackendreiß und stelle mich zu meiner Breitseite hin. Aber solange auch der Kollege nur HE schießt, dann kann er mir echt nur leid tun. Oh. Jetzt schießt er auch noch auf dich. Jetzt schießt er auch noch auf dich. Jetzt hat er mich bemerkt. Aber die Sau brennt jetzt. Ja toll, jetzt seh ich den nicht mehr, ey. Wir fahren jetzt beide mit der Front auf den Zug, nehmen wir ihn raus. Jo. Jo. Machen wir. Ja. So wie gesagt, immer ein bisschen schnauzen zum Gegner. Ja. Okidok. Was? 35.000. 35.000 hast du. Ich fragte gerade wegen Hitpoints, wieviel du noch hast. 35.000. 35.000. 490. Und wenn er weiter in HE auf uns schießt, dann darf er mich sonst noch kaputt. Dann kriegt er uns nämlich Oster noch nicht da an. Jo. 2.000 m sichtbar. Ich hab hier leider kein Radar drauf. Hast du Radar auf deinem Ding? Ja, hab ich angemacht. Hab ich angemacht, ja. Ja. Leider sehe ich ihn trotzdem nicht. 8 Kilometer, ey. Mein Gott. Komm. Beweck dich. Jetzt volle Power. Ja, was hat Melitus? Melitus ist ein Verständnis. Hab ihn, hab ihn. Alles gut. Okay. 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 Na, wo ist er, ey. Ja, die Runde sieht so aus. Die werden wir in der Tasche haben. Und so fährt man Schlachtschiff an. Nicht anders. Jo. Schön, schön. Oh, guck mal, ich hab mich kündig gefunden. Ja. Ja, ja. Oder eher mich. Wenn er jetzt schießt, bin ich wahrscheinlich tot. Der hat auch einen Egerladen. Oh, scheiße. Oh, Mist. Ja, der war jetzt bereits zu mir, aber er kann ich nichts für. Und er hat mich nicht getötet, weil ich bin explodiert. Ja. Sonst hätte der mich nämlich nicht ausgenommen. Ja, dann hat er dein... Ja, der hat mal einen Munitionslager oder was weiß ich nicht mehr getroffen. Richtig, Munitionslager getroffen, ja. Ja, das hätte er wahrscheinlich nicht, wenn ich jetzt... Ja, genau so wie du jetzt. So, mit der Front voraus, bleib auf sechs Kilometer. Bleib auch einfach mal stehen. Und dann schießt du einfach nur mit High auf den. Immer die Nase zum Gegner oder vor allem Slow, dass du dich noch bewegen kannst. Ja, ja. Weil so hat er nämlich gar keinen Bock auf dich zu ballern. Und dann ist es wenn. Der macht kaum Schaden. Auf dem Winkel. Komm schon, lade nach. Ja, guck mal, wie schon das funktioniert. Lade nach, Mann. Na, guck mal, das läuft doch. Ergert mich nur, dass ich gerade in den Luft geflogen bin. Ja. Dann hätte ich gerne noch ein bisschen... Dann hätte ich gerne noch ein paar XP rausgeholt, außer Krönig. Ja, richtig. Schade, schade. Aber wir haben auf jeden Fall gewonnen. Ja. Und wie viel Schaden hast du schon gemacht? 12.630. Ja, brenn, du Sau. Ja, aber merkst du was? Der schießt gar nicht auf dich. Weil er hat keinen Bock hat auf dich. So lange, weil ich hier nicht so... Ja. Würdest du jetzt dreidzeitig zu dem stehen? Er wirst schon mal weg. Auf jeden Fall. Guter Tipp. Danke, danke. Ja, bitte. So fahr ich immer kurz. Ja, gut. Ich hab die Heckgeschütze. Ich hab die Heckgeschütze nicht. Aber dafür lebe ich auch ungefähr 10 mal so lange. Ja, richtig. Richtig. Das werde ich jetzt immer wieder anwenden. Das ist gut. Ja, ich hab schon auch öfter gelesen, man soll lieber vorwärts fahren. Aber hab mich nicht so dran... Hab mich nicht so dran gehalten. Aber... Ja, merkt man. Auf jeden Fall viel besser. Ja, weil du von die Pantone kannst. Ja, ja, ja. Das war... Das war ein gutes Gefecht. So, wie sieht's da aus? 5000 EXP und 1700 PXP. Boah, shit, ey. Ich bin Vollletzter. Na ja. Dann sind wir noch besser. Hauptsache Spaß. Und mich sofort noch eine Minute absaufen. Da im letzten Jahr. Ja, richtig. Richtig. Hast du Bad Johnny oder Kirov? Äh, nochmal was? Hast du eine Bad Johnny oder eine Kirov? Ich hab beides, ja. Wunderbar. Ja, guck deine aus. Tante dich mal zum Bad Johnny. Ja, klar. Okidoki, dann ab zum nächsten Gefecht. Da genau dasselbe Spiel, du hast sechs Bond-Kanonen nutzst du. Dann lass die Head-Kanonen einfach außen vor. Ok. Du musst da einfach mehr. Vorabgesetzt, die schießen überhaupt auf dich. Ja. Weil da haben nämlich die meisten Schlachtschöpf-Kameraden nämlich gar keinen Bock drauf. Richtig. Das hab ich jetzt gerade gemerkt. Ja, schön, schön. Gut gelaufen. Wieso hab ich hier ein Zünder drin und hier nicht? Ist auch schon ein Schiss. Na, komisch, ne? Aber gut, das holen wir raus. Das ist aber echt jetzt komisch, ey. Machen die wieder Mischmasch da? Dann hab ich noch ein Rot. Ja, ist ja wunderbar. Läuft da optimal, ja. Die machen wieder hier Mischmasch, ey. Oh, die Map. Okay. Ja. Ich würde sagen E1. E1, ja. Ja, ja. Wollte ich auch sagen, so um den Dreh, ja. Richtig. Äh, irgendwie sowas, irgendwie sowas. Ja, Leute, dann fahrt mal zu D. Lasst euch abballern. Ich weiß schon mal ein Voraus. Ja, oder werden wir es ja gleich sehen. Aber wenn wir beide so steam, wie wir es gerade gemacht haben, mit der Schnauze nach vorne. Ja. Können wir auf jeden Fall auch den Gegner schon mal gut aufhalten und jede Menge Brände zuvielfassen. Jo, jo. Äh. Wollte ich hier nochmal? Acht Sekunden. Läuft. Ähm. Gut, aber ich krieg nicht mehr dran. Was für ein Schlagzeug habe ich da eine Colorado, ne? Ähm. Ja. Ich bin komplett beschissen. Wir haben 5 war drin und wir haben kein DD und wir haben ein DD drin. Ja. Boah. Das kann auch alles. Die Wargaming hat wieder hier scheiße gebaut, also, äh, wieder nicht ausgewogen alles hier. Ja, jetzt, jetzt von ganzem Ernst. Ich weiß noch nicht, wie wir die Runde hier gefunden sollen. Ja, schauen wir mal, ne? Ist erst der Anfang. So. Langsam die Schnauze drehen. Die werden... Die werden... Ich fahre jetzt nach E. Hä? Alles egal. Fahr direkt nach A. Fahr mit direkt mit der Schnauze nach vorne, runter nach A. Hä? Ja, ja, richtig. Wollte ich ja machen. Alles egal. Wollte ich ja machen, weil die sowieso... Uuah. Gleich auftauchen. Wie gesagt, die tauchen auf. Aber gut, halt. Dann von dem Plan. Gut. So. Wie gesagt, wie das nur ein einzelnes Schlachtschiff ist, dann haben wir hier noch gut lachen. Das habe ich nicht mehr gut lachen. Schacht so aus. Schacht so aus ist übel. Ach, verfehlt, ey. Die hat andere Kanonen. Die sind so ein bisschen anders. Oh, die hat auch eine viel zu hohe ballistische Flugbahn, ey. Oh, das gibt's doch nicht, ey. Aber Papskant. Ja, ja. Ich bremse schon. Shit. Rückwärts. Ja, ja. Rückwärts. Ja, ja. Ey, krieg ich die nicht gepackt, ey. Was ist los? Dreckig. Dann fülle ich mal auf die Puso. Dreckiger. Ich kann die Puso. Ja. Wir machen nur Brände. So. Scharnhorst. Ja, das ist, das ist, das ist für den Kanonen. Scharn... Du hast vorher eine extrem flache Flugbahn gehabt. Jetzt hast du eine hohe. Ja. Scharnhorst hat schon mal ein Modul verloren. Ich weiß, aber ich kann mich zur Zeit nicht reparieren. Oh, Mist. Schneller, Lade nach, ey. Sonst bin ich gleich platt. Ach, verdammt. Ja, toll. Hat ihm eine Zitadelle erwischt. Es waren zu viele. Ach, Mist, ey. Das ist doch Mist hier, verdammt. Ja, die waren da alle auf der Seite. Wir haben alles rausgeholt. Davon ab. Ja. Boah, da hat mich ihr und einer jetzt voll auseinandergenommen. Ich bin jetzt auch tot. Tja. Passiert, ne? Können wir die nächste Runde nehmen, weil da steht 4 zu 0. Ja, das... Das sieht nicht gut aus. Also die Runde werden wir wieder... Ach, ich bin jetzt gar nicht. Ja, bedankt, hier auch. Jo. Die Runde werden wir wieder... in die Tonne kloppen können. Boah. Dann sag ich mal ab zum Hafen. Ja. Verlässst von der Flüchtlinge zu gucken, davon kriegen wir keine EXP. Richtig. 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 Ich kann von 2 bis 8 mit allen dienen. Was nehmen wir da schönes? So. Ich mach mal mal altes Mädchen raus. Die König. Altes Ginienschiff. Und dann nehm ich die Kiro. Aber ich muss mal hier kurz mal aufbauen. Was nimmst du? Hä? Was nimmst du? Die Kirov. Okay. Na, ich muss mal kurz hier aufbauen. So. Wir können uns ja abwechseln. Jetzt nehm ich einmal einen Schlachtgriff. Und danach kommst du gleich mal zum Beispiel einen ARP. Wat für einen Teil? ARP. Achso, Nebelflotte. Ja. Dann nehm ich die Kirov. Weil dann haben wir einmal, kann ich mich jetzt als Schutzfeld hinstellen und dann das nächste Mal du. Okay. Ja, ja, ja. Ja, gut. Gut, gut, gut. Okay. Sönig ist genauso eine Panzerplatte wie Bayern. Okay. Gut. Dann ab zum Gefecht. Ja, ja, schön, schön. So wie es aussieht, ist das heute ein längerer Livestream. Ja, hi, dir auch. Kann leider kein Russisch. Ansonsten an alle Zuschauer, vielen Dank für Daumen hoch. Na ja, der Daumen runter. Gefällt mir nicht so, aber okay. Wenn ihr meint. Ansonsten lasst mir Feedback in den Kommentaren und über ein Abo würde ich mich auch freuen. So, weiter geht's. Eins. Eins, 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 H, G, H, da. Alles klar, ja, ja, verstehe. Hopp, dann ja. Okay. Lat AP. Die AP? Okay. AP. Ja. Wir werden nur auf Kreuzfahrt treffen. Du wirst auf keinen Zerstörer treffen, also nur AP. Okay. Auf dem Kreuzfahrt hast du definitiv AP. Also hast 180mm Kanonen und dich mal nachdurch. Jo. Der große Vorteil ist hier auch. Du kennst dich ja super aus, du. Ich hab mir jetzt auch jede Menge Gefechte hinter mir, also das ist ein absolut zu sparschiff. Okay. Diese Map wieder, ey. Die hab ich schon ewig nicht mehr gesehen, ey. Ich auch nicht, aber das ist halt, weil man die Stufenkampf spielt. Hm. Richtig. So, Funke mal an. Und da hat-ż anche mal noch ein paar phrasepp Facebook. Wie ist denn da? Ja, ja. Und da sind da-Ratко. Wie ist denn da? Und da-Ratko? Ich habe jetzt nur geschrieben, sie sollen bitte nicht sterben, bevor ich da bin. Wenn die ihre Nase jetzt da rumfahren, dann sind sie nämlich tot, dann schlacht er unter das Bittchen. Ja, ist so. Weil ich möchte die Spiele gerne gewinnen und damit muss ich den Hühner auf mir auch zusammenhalten. Das ist richtig, das ist richtig, die meisten tun das nicht, das ist richtig, ja. So, die Dani, Dani kommt, Dani. Dani ist tot, die ist mir egal, aber die rennt auch schon. Laufeust! So, kurz mal abbremsen hier. Ja. 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 Das ist nicht getroffen, die, ja doch, die Wyoming. Schön, schön. Tart freut uns. Wyoming, sichtweite 14. Schussweite 15,8. Geschwindigkeit 20,5 Knoten. Das letzte, das letzte weiß ich nicht, was das ist, 30 irgendwas. Das letzte weiß ich nicht. Aber ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Tja. Die meisten raffen hier nicht. Der hat sich auch behaltszeitig hingestellt, Idiot. Tja. Ah, die haben da nicht, noch nicht so raus vielleicht, keine Ahnung. oder oder den passt hat keine ahnung ja die meisten die meisten stellen sich breitseitig deswegen weil man da alle kanonen abschießen kann deswegen ja ja richtig alter new york knick eine optik willst du kuscheln oder was ist gerade angekommen da kommt die kirow die kirow schön im fokus ich liebe dieses die breitseiten sind einfach nur geil gesehen ja da kommt der nächste opfer weg ist sie ja schön und da ist die phoenix ja möglich ja ich habe den verfehlt jetzt kom 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 lade nach ich will ihn ich will ihn ja schade zu spät aber ich weiß nicht was die was die kündigte jetzt vor versuch mal die kündigte anzustecken mit he schon mal einmal getroffen gut jetzt jetzt mit den he was so brenn brenn könig brenn brenn du sau und wieder brenn brenn und wieder brenn und wieder brenn wunderbar das ding haben wir haus hoch in der tasche ja sehe ich ja auf jeden fall wunderbar es läuft es läuft ja fantastisch das freut mich jetzt klasse auf jeden fall super tipp von dir mit der schnauze voran zu fahren ja weil alles andere misst es macht jetzt noch mehr bock das bringt ja auch nichts wenn du jetzt jede runde hier nach einer minute dauern bist richtig richtig fantastisch fantastisch ja die haben jetzt von beiden seiten welche ich habe ich habe den jetzt gerade in fokus hier ich treffe kaum komm schon komm schon komm schon komm schon nach mist verfehlt okay okay ich muss die vertin da eventuell noch mal treffe ich eintreffe auf die vertin also das ist genau alles aber die wehren sich mindestens noch respekt weil ich hätte schon dreimal das gut ausland gelegt tja verdammt wie schnell sind die denn das kann ich dir nicht ja vielleicht haben die bei der tarnung die streuung ey der nix streuung ich weiß nicht ich habe komplett daneben geschossen ja jetzt ist das flieb vorbei so cv ist schon mal weg ich spiele durch jo ich habe nur 25.000 mitgenommen gewonnen supi wir sind ein bisschen ärgerlich ja und wahrscheinlich auch geht noch mittelfeld aber da hätte ich mehr ausprobieren müssen äh mhm 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 die kongo oder nehmen wir mal die kirishima mit captain zoro ja ja alles klar so ab zum gefecht das schreibt einer da schreibt einer keine ahnung moment moment ich wollte sagen gerade da schreibt einer russischer name keine ahnung schreibt einer kirchhoff ist pappe bis mal gut ja ok weiter geht's und wohin ja moment ich würde mal sagen so d e 2 tja so ist das da ist schon die fuso am lande ich habe mich nicht so oft gezockt also kann ich nicht so viel dazu sagen jetzt kommen die alle koko modu koko modu und wargaming sollte auch mal machen hier auch bei der nebelflotte egal ob das jetzt japaner sind die stimme die aussagen sollten die auf deutsch machen und nicht auf japanisch also ich finde die stimme sehr rot ist ja schon das ist aber auch alles das ist aber auch alles ja klar bestimmt ja saudo ne ja ist schon ok aber ja mich stört er nicht großartig aber trotz dessen das sollten die mal auf deutsch ausgesagt da torpedos im wasser sind dann ne du wirst das schon verstehen wenn auf einmal noch ein piekendes geräusch an dem der hoch geht hehehe ja hehehe soo was haben wir denn hier ey da haben wir da haben wir da haben wir 20 km reichweite du kannst wirst du mich auf alles vor der Matte rum einladen ne ne da haben wir die Fusor da haben wir 21 km reichweite und da vertue ich mich jetzt was ich dachte du hast doch mindestens 21 km reichweite äh ja 21,2 ja ich hab ja ganz auf alles voller Matte irgendwie rum einladen ja mach ich auch kommt kollegen kommt ja komm 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 put 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 scheiße verfehlt ey wir sind zu schnell mein verschwinden soll hinter nem Berg hm die Königsberg kriege ich die? denk daran denk daran wir sind Lot hier was sind wir? wir sind Lot hier Lot? also das letzte was hier rum fährt achso ok ok wir sind da fliegen die Granaten 10 Sekunden verdammender Mai da müssen wir alles von uns da dran gewöhnen mhm mhm ach ach verfehlt ey was für nen Dreck jetzt grünste die Fuse wo ich mal anfange zu fasseln was sind da eingeschlagen was sind da eingeschlagen was sind da eingeschlagen was sind da eingeschlagen oh oh alter das gibt's nicht ey nicht mal ein Treffer ey die Königsberg ist voll flink ich hab die Kungi neben mir ach ach nicht gut gar nicht gut ich bin ganz schnell weg sch scheiße ja ich weiß nicht wer mir jetzt noch helfen kann aber ich bin so gut getöt ehhhh wie komm ich denn da wieder raus abhauen abdrehen naja wohin wohin da ist die Insel im Weg komm lade nach schneller ich weiß gar nicht worüber wir überhaupt noch reden guck dir mal das Team an mhm seh ich gerade jajajaja ach Mist ey Leute was treibt hier wieder ey was für'n Dreck er macht da auch erstmal Landgang ich kann sie doch nicht alle töten Leute ja manchmal denkt man man zockt alleine das sag ich ja ich kann sie doch nicht alle töten ja ja ey was geht hier ab ey ja scheuß wie es hier ab maaaa ey shitte ey das sollt'n nicht rauskommen so wohl neeeeine pressel na voll super hauptung kaputt toll ganz gut Ach, Mist. Ihr habt noch keiner die Fuse rausgenommen, die da mit 9000 HP umdümpelt. Hat keiner auf der Rei... Äh, er schießt ja auf mich, ist nicht weg. Ja komm schon, lade nach, ey, Kollege. Ich hab gewesen, um mich zu treffen. Super. Meiner, meiner! Pute gehört mir auf. Ah, ja, mir doch nicht! Nicht! Alter, das ging immer noch. Warum stimmt es immer noch? Oh, putz, putz, putz! Boah, verflixt noch mal, warum hat er das Feuer gelöscht? Tja. Die Fuse hätte im Handel sein können. Nein, er muss das Feuer lassen. Was ist denn los hier? Was ist denn für ein Shooter? Hallo, ich will den rausnehmen. Oh, was geht? Ich krieg den Scheiß, fuchst du da nicht raus. Das ist doch nicht normal, oder? Was geht hier? Ich pack es nicht, ey. Boah, ich krieg dich. Ja, geil, ey. Ey, wieso krieg ich den nicht rausgenommen? Ja, keine Ahnung, ey. Das sind... Ich weiß nicht. Boah. Bugs, Cheetah, keine Ahnung. Ja, weil irgend... Ja, 300 Damage. Ich krieg den nicht raus. Was war das? Verarschung oder was? Ja. Ja. Ah, toll. Ich bin weg. Ach, vat... Fin... Dreck, ey. Was hast du von so'n Team? Wir haben zwei von denen gekriegt, die haben die ganze Flotte von uns gemacht. Vat... Fin... Dreck, alter. Wat is los? Ey, dat game war... Ist wieder so ne Runde zum Mose melzen. Ja, die Runde war voll weg... Schissen, ey. Maaa, ey. Alter. Das hab ich gerade abgeschlossen. Hast du das auch mitgekriegt? Was, was, was? Noch, noch. Ich hab die Smith... Smith oder wie auch immer das Ding heißt. Ja, ja. Hast du die auch? Oh, oh. Ich hab den einmal gerade im Hafen reingekriegt. Stufe 2 Zerstörer. Ach. Ja, dann hast du die Aufgabe erledigt da. Ich hab... Ich hab's jetzt gekriegt. Ja, schön, schön. Ich brauch noch... 15... Puh. 5000 brauche ich noch. Und dann habe ich die auch. Gut. Da warst du schneller, du Sack. Hehehe. 97, Entschuldigung. Also wir haben Premium, ja. Wenn wir die gleich beide haben, dann können wir ja mal noch zusammenzocken mit dem einmal. Ja. Ich kann die viel von, aber... Vielleicht irre ich mich auch. Guck mal. Ja, alles ist möglich. Also ich brauch noch 5... 5000 brauche ich noch. Ja. Ja, die Batschen, die brauchen auch XP. Also nehmen wir die. Obwohl wir haben gerade auch so einen Dickel gekriegt, ne? Hm. Na, ich versuch's nochmal. Einmal mit ihr. Ja. Ja. Nochmal was? Ich sag, ich will die XP haben. Ja. Gut, gut. Die 7er gneißen auch. Dann nehme ich wieder die Dragon. Diesmal... Diesmal gewinnen. Diesmal als Dragon. So. Tarnung als Dragon. Und geht's ab jetzt. Moment. Ich check mal ab. Signale. Da ist noch was. Ach Mist ey. Wann haben die das denn gemacht ey? Dass man nicht drin sein kann ey? Ach. 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 Mensch ist. Ok. So. Alles klar. Ab zum Gefecht. Ja, 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 also wir starten. So. Das machen wir nicht an, die ich sonst nie mache. Ich muss weg auf die Zufahnen. Dann noch E10. E10. C, Cäsar. Achso, C. Okay, ja, ja. Dann noch C, Juno. Ja. Genial, lass gern nicht hinten rumfahren. Wenn die Jungs da runterfahren und ich bin nicht dabei, sieht jetzt schlecht aus. Hm. So. Sag ich mal jetzt. Ja, ja, 8,19. Okay, ja, ja. Äh. 5, 4, 3, 2, 1. Funke an. So. Ah, da sind schon zwei. Danke und Nagato. Hinter uns. Außer euch, Backe, die Interessen müssen wir nicht. Jo. Hallo. Mal. Ah, hol mal. Ehh, zieht die rein? Schönen Schönen Ah, 6000 Andertschaden, deswegen guck mal nicht ins Maul, ne? Richtig Der nächste Knie, wann ist er aufgelangt? Amagi, ok Achter Schlachter Jo Ja, wir sind die einzigen, die da hinfahren Juhu, es läuft! Ich könnte vor Freude heulen Weiß Ja, wir haben die ganze Plotte geöffnet Tja Die Cleveland habe ich gerade auch geduscht Ach, Menno, ey, wo seid ihr alle? Ich krieg euch nicht in die Reichweite hier Mal aufpassen, dass von Amagi nicht gleich noch was zurückkommt Hm Ah, Vorsicht, da kommt Atego Das ist mir richtig gereicht Das ist mir sogar sehr willkommen Weil das sind nämlich Free XP Und ich glaube, er hat kapiert, dass das nicht wird Hehehe, ja Direkt haut er ab, der Junge Hehehe, ja Direkt haut er ab, der Junge Das ist nicht repariert, der Sack, ey Komm du Du fackelst gleich nochmal So Ah, da schießt noch einer Ich seh den jetzt nicht Vorsicht Ja Ich seh den jetzt nicht Der jetzt auf der Seite ist Der jetzt auf der Seite ist Und die Takao ist auch noch da Auch mein Liebling hier Mit Kapitän Raffi Bei mir Ja Und jetzt auf der Seite ist Da ist jetzt auf der Seite Ja Und die Takao ist Ja Und die Takao ist Ja Naja Das geht jetzt hier nicht lange gut Halt die alle auf Ago hat das auch schon wieder große Flasche Brenntakao, brennt Brenntakao, brennt Ja Ach Mist, verfehlt Das war ne Cita So 10.000 Scharen abgezogen Der Takao Der will wahrscheinlich torpen Mh Das macht mir auch nichts von der Position Ach verfehlt Was soll das denn Schreibst du die Takao als erstes Jaja, bin ich dran Ach Zitadelle erwischt Ey, was Von dir? Jaja Wie geht das? Ja, keine Ahnung Agi oder was? Wahrscheinlich Wahrscheinlich, ja So, Takao brennt erstmal Komm schon, lade nach Wer ist das? Die Cleveland von der Seite, ey Dreckige Die Cleveland von der Von der rechten Seite, ey Toll Und ich frag mich, wer ballert da, ey Ja, super Du bist gleich weg, du Sack Haaa Shit Aber noch angezündet, die Sau Meine Fresse, ey Was ist los? Da bist du gut dabei, ey Und dann kommt so ne scheiß Cleveland, ey Ja Heeeh Kürzer, ne? Naja Der sieht jetzt in dem Fall gut aus Hahahaha Watt finde, ey Shit Ja, auch ein bisschen scheiße jetzt Mhm Ja, rechte Seite Die hat mich abgebildert, die Sau Aber ich Aber ich hab die noch angezündet Ach, ey So ein Mist War ich gut dabei jetzt hier bei Unseren In unserer Ecke, ey Aber Die hat mich erwischt Tja Die Amagi ist zu nah dran Alles auf die Kanonen drauf und Baller Die Takao ist wieder da Oh, der hat auch noch nicht ballert Naja, die Takao ist wieder da, wie gesagt Die Atego Ja, ja Wollte ich sagen Die Amagi kriegt gerade Torpedos ab Schön, schön Die Torpedobomber hier Hier sind die Jäger unterwegs Bäm Ja, toll Unserer CV ist auch platt jetzt Unserer CV ist platt Ja Ach scheiße, verlieren wir ja wieder Tja Leider sieht das so aus Und Da denkt der Antrieb, wie lange er noch mir die Breitseite zeigen kann Wer weiß Ja, toll Boah, da tritt es immer noch auf mich Ja, jetzt kriegst du die von der Fuji Und von Abonnieren nicht rausnehmen Ist das so? Und von 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 Irgendeinen im Nebel Alter, was ist hier los, ey Was geht hier ab? Boah Jedes Mal eine gute Runde Ja, ich kann sie doch nicht alleine töten, Leute Da taucht doch nicht hin Echt Echt, das ist doch Ehh Ja, super Ja, toll Wieder zwei Das darf doch wohl nicht Das Wie ist es von dem Schiff runter, ne? Das darf doch wohl nicht was Das darf doch wohl nicht was Ich krieg das Die Fahnen kann ich drauf und krieg jetzt mal ne Fresse Und wieder 82.000 Schaden gemacht, ne? Echt heftig, alter Was geht hier ab, ey? Ne Und die materie opfert sich da gerade auch noch wie so ein Bekloppten Ne, 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 ne Der fährt weiter, der fährt weiter in seinen Tod Tja Der macht die Amagi nicht platt, der fährt knallhart in seinen Tod Ja, wahrscheinlich sieht er, dass es sich nicht mehr lohnt oder was Ist halt Bot oder was ist halt, oder ist halt einfach nur Yenrys Tja Frag mich nicht Keine Ahne Er ist nicht normal, oder? Nee Ich würd mich jetzt, genau so würd ich mich jetzt hinstellen Richtig schon elf Meter in der Fresse Der schießt doch noch daneben da, Magie Mhh 82, klar, der Mensch schon, Alter Könnt mich schon mit der Ärger an, ey Irgendwas läuft hier schief, ey Also die haben schon öfter berichtet, bei, auf, auf der Seite von Wargaming Das es Boots gibt Aber Ob die die schon alle rausgekriegt haben, keine Ahnung, ey Das darf doch wohl nicht wahr sein, ey Was hier abgeht Auch jetzt er hier, was denkt er sich denn, was er mit seinem Kräufer gegen 4 Stück auf einmal erreicht Ja Er hätte sich mit seiner Base treffen müssen, dann hätten sie das treffen können Ja Nein, er muss da allein in den Schlachtladen reißen Richtig Der hält sich für Rambo Aber nicht mit der Kiste, nicht mit dem Franzodengräufer Tja Leider, leider Er ist jetzt Börder, der hat eine Idee mitgenommen Mhh 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 Tu dich nicht mit dem DD Die haben keinen mehr, wir haben noch einen Ja Trotzdem, ne Kommt auf den Spieler an Ja Alles Nullabschl Mhh Auf Wiedersehen Nagato Ach das wäre mir gar nicht aufgefallen, dass die in Führung liegen Mexiko ist auch so gut wie tot Ja Und die Benson können wahrscheinlich keine vier Schlachter killen, ne Ne Glaub ich nicht Ach du Scheiße, die Amagi ist da schon dran Naja Na, der ist zu nah ran gefahren Boah, man sollte auch wissen, wo seine Erkennungsreichweite ist Ja Ja Zwei Treffer, aber was bringt das? Ich bin gar nichts Watt für'n Dreck Ich bin weiterhin sichtbar Das ist doch Mist Ja, da muss immer noch gar ne Arten Ja Ey Super, du bist toll Ganz toll Dreck R Breathe 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 Rfps R Breathe R Breathe R Breathe R Breathe Der Rauch der bringt sehr viel Er räuchert sich ein, sieht der Ziff aber nicht mehr Röcher Ballad R Breathe R Breathe Ja sag ich auch Super Gamer ey. So was kann auch alles, ne? Super Gamer ey. Naja. Wie heißt der Vogel? Walk Fan. Super. Boah, warum krieg ich das jetzt nur auf die Schnauze? Die Drachenfahne, das sind jetzt drei Fahnen, die ich jetzt verbraten hab. Ach du Scheiße ey. Voll verkackt ey. Oh Gott ey. Das ist ja 82.000 Schaden ey. Naja. Kann man mal sehen ey. Wie wir das Spiel hier versauen. Ich hab getan, was ich konnte, ich hab den Leuten Anwaltungen gegeben, das hat sich keiner dran gehalten. Von daher, was soll ich machen? Naja, richtig. Ja Teamwertung, guck dir mal die Teamwertung an. Ja, sofort. Ich könnt kotzen. Ah ey. Ja, das gibt's. Auf den sechsten Platz. Guck mal wer erst da ist. Du sag du. Ja, ich kenn doch nicht mehr als Tockenleute. Ja ja, richtig. Boah, auch ein neues. Ja. Dann rennen wir die nächste Frage. Ja. Boah, ich brauch nur einen Wind mit so ner Damage Zahl und der BO hatte die nächste Stufe. Und da spielen sie so eine Scheiße zu sagen. Aber. Ich sag mal. Ich bin kurz EFG. Und dann geht's weiter. Ja. Wie spät haben wir da eigentlich? 1 Uhr 28. Na gut. Ich glaub so lange bis die Sonne aufgeht, wenn man muss. Ja. Ich kann leider nicht so machen. Okay. Aber ich bin auch mal kurz EFG. Meine Blase ruft für mich auf. Bis gleich. Jo. Nein. Okay. 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 Vielen Dank. 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 Ja. Okay. 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 Gut. Okay. 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 Und traut euch. Gut, 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 gut. Boah, wie doof ist der DD denn? Mein Gott, wie doof kann man denn sein? Tja, hol wie Brot. Na ja. Ja, toll. Boah. Lasst das Hirn vom Himmel regnen, Leute. Er hat manchmal mitgenommen. Ja, tja. Pech gehabt, der Junge. Pech gehabt. Ich hab Pech gehabt. Ja, die Waffenflammen, die gehen jetzt runter bei der nächsten Runde. Ja, das ist leider so, ey. Mal so, mal so, ey. Und dann... Den Grund des Pflanzen rausnehmen. Verschwendet man hier... seine guten Signale, ey. Ja, das ist Mist. Ja, ja. Aber ist egal, die nächsten Runde spiel ich ohne. Ja, ganz ohne... ist auch schlecht. Ja, aber ohne die dicken Dinger. Ja, ja. Weil er bringt ja nicht. Ja, ja, richtig. Ich kann ja mich ja jede Runde zu Tode. Ja. Na komm, ladenach. Komm, 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 komm. Rückwärts fahren, rückwärts. Ja, ja. Mach ich, mach ich, mach ich. Dann findet gleich eine U draus. So, schön erwischt. Den Kaiser. Ne? Hi, Mizi. Alles klar? Willst du mitspielen hier? Ne? Zippy? Willst du mitspielen? Wieder wach geworden, ne, Kollege? Was geht? Präsentier dich mal hier, den Zuschauern. Mach mal Miau. He, 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 he. Ist das schon wie alle ihre Breitzeit hinein? Warum, wenn ich mal die Yamato abneh, dann gnade den Spielern hier Gott. Ha, 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 ha. Warum soll ich die Yamato wirklich in den Finger kriegen? Dann gnade den Leuten hier Gott. Dann kommt der Berserker zu Vorschein. Ja, richtig. Ach, da will ich wahrscheinlich jedes Spiel mit dem Lottisch-Protten-Tode damit abziehen. Volle Killer, ja. Ist der Lieb oder was? Wer war das denn jetzt hier? Lade-Glaloste. Mein Gott, was für Namen, ey. Echt, heftig. Ich hab den Gneisner aus der 6.000 abgezogen mit der Spielweise. Echt, heftig. Ach du Scheiße. Jetzt hab ich Zitadellentreffer angekriegt. Was für den Fack, ja, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, auf jeden Fall Zitadellentreffer. Wie gesagt, bleib immer schon hinter mir, ich fahr jetzt mal einen Takt nach vorne. Ja, ja. Oh Mann, wir verlieren da wieder. Wir verlieren wieder, wir kriegen wieder auf die Schnurzel. Warum ballen wir die Idee direkt zur Doof ab? Ja, ja, ja. Richtig. Wenn ihr direkt zur Folgenstimmung gewissen habt. Herzlichen Dank an den Kollegen. Ja. Wir stehen an unserer Base, ich griff den Kakaiz. Von mir aus, herzlich, äh, von mir auch, herzlichen Dank an den super Gamer. Guck mal nach rechts, wir müssen nach rechts, ich muss hier abbrechen. Hm. Was ist hier los, ey, Leute? Guck mal rein, ich muss hier nach rechts. Vorsicht, du kriegst gleich was ab. Von der Gneisenau. Na, von Bekleidat hat er das ausnutzt. Aber ist mir egal, den Kaffer kann ich fassen. Ja. Ich muss nicht glauben, ob das hier an der Seite abgeht. Sean Horst, komm. Also, sonst können wir uns gleich beerdigen, der steht nicht bei uns im Cap. Nö. Colorado hat er auch schon erkannt. Aber ich bin trotzdem dabei. Schön, brennt Sean Horst, brennt. Komm schon, lade nach, ey. Der Torb, die Colorado wahrscheinlich jetzt auf den Arsch. Hm. Ja. Oh, und so kommt es auch. Ja, 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 ja. So sieht es aus. Aber ist die Colorado selber schuld, ey, wenn die so nah ran fährt, ey. An Wahrzeit, ja, an Wahrzeit gefahren. Ja. So, was ist da noch? Die Fuji. Fuji. Fujiyama. Uuuuh. Wann los, Hörchen? Du hast da noch genug. Hau ab. Hm, graus wie Seite. Ach, ist doch Mist, ey, wieder so ne Kacke, ey, hier. Wat bauen die? Ja, ja. Wat bauen die hier, ey? Ja, dat wissen wir schon, ey. Ey, wat fin' Dreck. Mein Gott. Brenn, kraftspiel, brenn. Pass auf, wenn er dir ne Brat hatte, war ein Donner, bist du weg. Ja, ja, ich hau jetzt ab. Oh, der hat mich, der hat mich gesehen, der Sack. Oh, Zitadellentreffer. Aber noch nicht erledigt. Ich hab's, dass du nicht erledigt. Ach so, was schon entdeckst, was ich denn, ich weiß. Oh. Ja. Ich hab' jetzt. Oh. 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 Ach ja, wir sind sowas von tot. Tja. Leider, 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 leider. Wieder verkackt, ey, hier. Brenn, Knappspiel, brenn. Bring mir Punkte. Wir wirst den Krieg gewinnen. Verdammt. So komme ich mir aber auch vor. Ich bin der einzigste, der noch durchhält. Ja, leider, so ist das. So läuft das meistens hier jetzt in letzter Zeit. Boah, Topps. Jo, sehe ich. Ja, ja. Leider, lieber Jörg, ich kann sie nicht alle gleichzeitig töten. Und die wollen alle kommen hier irgendwie. Ja, ich glaube, ich mag... Jetzt sind die voll. Ich kann mich ja noch zigmal retten. Ich hab nur alles. Ich hab nur volle Besatzung, volle HP. Und wir verlieren. Ja, wir haben sowieso keine Chance. Wir sind nur zu zweit da. Und sonst nur ein CV, also... Werden sie auf jeden Fall ja noch teuer verkaufen. Und da CV nix... ...nicht so viel leistet. Aber Marvin, hier. Jo. Ja, brenn wieder, Graf Spee. Oh Mann, nö. Oh, jetzt bin ich weg. Shit, ey. Hat er mich... Hat er mich erwischt? Jetzt bist... Jetzt bist du am Start. Aufschweig, wiedersehen. Jetzt kriegst du den noch von der Fuso. Und von der Mars. Das macht doch Spaß, ey. Ja, ich kann nur nach Süden fahren. Aber ein anderer bleibt mir gar nicht übrig. Ja, ja. Richtig. Wat für nen Scheiß. Ach, Mann, oh. Naja. So läuft das eben. So, geh Arschlisch schon mal los. Und jetzt steht das auch im Graybio. So. So. So läuft das. So. 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 Soolut. Und los mit, mit. Wieder da? Ne? Willst du mit spielen? Hm? Also entweder ich fress jetzt von den Gneisen auf oder von dem Fuß auf, von der Breiszeit. Eins von beiden. Juuu. Zepi. Zepi! Und los. Hau mal spielen. Hehehehe. Klingt mal von der Fusel besser. Dann. Ja. Ja, ja. Ah. Jetzt. Ah. Jetzt kommen noch die Kaiser dazu. Egal. Wenn du in meiner Flanke ein Schiff willst, das ist das größte Problem. Okay. Ja, das ist das größte Problem. Alles andere ist scheiße. Hm. Hm. Die Mars kann sich jetzt verabschieden. Hoffentlich. Wenn man so auch ganz sich hinstellt, Pech gehabt. Na, passt. Knapp daneben. Ist auch vorbei. Hehehehe. Wer gibt mich hier nicht. Wer hat mich hier nicht ergeben, Leute. Was will das TV hier auf? Tja. Ich hab mich hier erstmal. Ja. Der frisst auch noch einen. Nein. Wie kann das denn sein? Das hat noch daneben ging. Oh. Oh. Was knickt, ne Optik? Ja. Toll. Jetzt kommt noch die Kongo, ey. Fantastisch. Alle sind geil auf dich. Millionen Frauen lieben mich. Hahaha. Jo. Wer jetzt vielleicht mal sterben? Nein, er stirbt nicht. Aber ich stirb jetzt. Meine Fresse, ey. Ah, die geht vorbei. Wir können auch was. Ja. Schön erwischt. Noch ein Treffer und dann ist er weg. Äh, wenn. Wenn ein Treffer, wenn, wenn, wenn. Aber die nämlich in der Zeit auseinander. Jo. Jetzt ist er aber weg. Ja, hätte man da vielleicht mal ein bisschen eher regeln können. Bevor mich hier 50 Leute zusammenballern. Hahaha. Ja. Teuer, ich verkauf mich. Aber es ist noch teuer bis zum Ende. Jo. Ja. Bäm. Ja. Bäm. Ja. Jetzt ist noch der CV da. Und ja, die Runde ist wieder in der Tonne, ey. Ach, Mann, ey. Mann, Mann, Mann. Hätte ich doch jetzt schon mal eine Yamato. Oh. Tja. Ja. Aber ganz im Ernst. Bevor ich 5, 750 Taunen Free EXP in die Missouri reinballer, nehme ich lieber eine Million Free EXP und stellen wir die Yamato dahin. Richtig. Richtig. Da hast du recht. Ja, weil, das hört sich da bescheuert an, aber ich weiß genau, die Yamato kriegt die Missouri ohne weiteres auf. Ja. 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 Das sowieso. Ja, ja. Da zahle ich nochmal 20 Millionen Credits. Dafür habe ich einen Pott, der definitiv verthermer ist. Hm. Ja, ich glaube. Na. Wollen wir uns jetzt mal angucken, wie der CV geschlachtet wird? Ich glaube nicht. Ja, ich zeig noch hier ein bisschen die Flugzeuge bei dem Livestream. Ansonsten, klar, lohnt sich gar nicht mehr. Ist doch verständlich. Ja. Wollen wir uns auf der längsten Spieler aussieht? Das sind 7200. Soll das unter 5000 gehen, dann kriegen wir langsam Probleme mit dem Gefechten. Ah, ich habe schon mal bei den, aber bei den Test-Servern mit 500 nur gespielt. Also wahrscheinlich öfter mal 6 gegen 6 oder so, ne? Ja, ja, ja. Ja. Ja, es gibt, äh, bei den Test-Servern gibt es ja wieder neues Update 0.6.0.8. Aber bis jetzt habe ich das noch nicht angespielt. Auf Teamwertung, wenn man wieder oben steht. Ja, zu spät habe ich gedrückt. Okay, ja, ich gucke. Da kannst du auf I. Da steht ja I. Information. Ja, 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 ja. Ich gucke. Ja. Da bin ich der einzigste, der vernünftig zackt im Augenblick, oder was? Anscheinend. Ja, jetzt braucht der BO noch 30.000 EP. Da ist jetzt 14.000. Ich habe 4.700 EXP gemacht. Trotz, trotz verlieren. Ah. Ich habe mir ORT einen EXP gekriegt. Aber, ja. Du bist guter Zucker. Ja, für die Aufgabe brauche ich noch 4.000. Ne. 3.900. So. Ja. Was? Ich habe die Grafenklangen in die Fußstücke, die ich jetzt noch habe, geblieben draußen. Ja, würde ich auch mal sagen, ey. Aber, man kann ja eigentlich nicht wissen, ne, wann man die gebrauchen kann, weil... Einmal geht es gut, einmal geht es wieder schlecht, ne? Oh, ja. Die 1.000 EP, wozu, die brauche ich jetzt nicht, äh, mit einem Brecher zu ziehen, die 4 oder so durch. Obwohl ich will mit dem Schiff trotzdem einmal gewinnen, also... Mhm. Da ist der Wurm drin. Ja. Ohne Drachenpfalz. Das sowieso. Ne, gebe ich hier 100%. Also, noch mehr geht nicht. Ich meine, ich hatte eine Kiste von mir, sehe ich gerade. Ja. Mach das. Das ist jetzt die 3.000. Die 3.000? Ja, bei mir fehlt noch ein bisschen bei der... für die 3.000. Wie viel brauchst du noch? Ja. Bis zum nächsten Container 22.393. Wurmurung schaffst du das. Hä? Bis zum Server-Restart-Reset schaffst du das. Hä? Ja, dann. Aber ich habe leider keinen Super-Container. Ich habe jetzt 3 Mal versuchen sehr Glück, aber leider keinen Super-Container. Oh, leider. Ja. Ja, Super-Container. Äh... Den kannst du bei jeder Option da kriegen. Da musst du nicht unbedingt, äh, Glück nehmen, da. Das kannst du bei jeder Option kriegen, die da ist. Äh... Klar. Beim Spiel habe ich einen riesengroßen Fehler gemacht. Ich habe bei der Operation Jagd auf die Bismarck nicht mitgemacht. Hätte ich da mitgemacht, hätte ich ohne Ende Drachenflammen jetzt gehabt. Aber da ich ja da keine Zeit oder keine Übersicht zu stoppen, ist halt jetzt ein Super-Eist. Ja. Ich habe da zwar mitgemacht, aber bin leider nicht durchgekommen. Komplett. Und deswegen habe ich die Bismarck auch nicht. Aber ich hatte paar Signale und, äh, Tarnungen da erspielen können. Ja, es kommt ja noch wieder. Jetzt, äh, habe ich heute, ja, ja. Also, beziehungsweise gestern, bei Wargaming nachgelesen. Da kommt wieder, äh, neue, neue Aufgabe, neues Gefecht. Also, die Feldzüge. Da geht es um neues Schiff. Ich weiß jetzt nicht, wie der jetzt heißt. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Aber kommt jetzt bald auf jeden Fall. Da kann man neue Schiffe spielen. Bei den Feldzügen. So wie bei der Bismarck, ne. Es glaube ich aber auf jeden Fall auch ein deutsches Schiff. Ich schaue mal kurz in den Baum. Moment. Grafett, Prinz Eugen. Ne, ist doch keiner von denen. Okay. Für die Basis, ich gebe euch auch noch französische Schiffe. Für die 35.000. Okay. Da kann man eh inhalten hinter machen. Also, meiner Meinung nach, blödsinn. So. So, was haben wir hier? Moment. Mein Gott. Wo habe ich das denn gesehen? Und zwar werde ich meine Planung gleich wieder auf grün ändern. So wie ich das jetzt sehe. Bei dem nächsten Update. Bei dem nächsten Update. Da gibt es ein neues Event. Dünnkirchen heißt das. Ja. Und äh. Moment. Ja. Gibt es wieder viele Belohnungen. Neuen Hafen auf jeden Fall. Kommt neuer Hafen dazu. Okay. Von. Wo war das jetzt? Dünnkirchen, Dünnkirchen. Ja. Dann wird es wieder so Aufgaben geben wie bei der Bismarck. Neue Sammlung. Neue Sammlung. Neue Sammlung. Für die Ereignisse während Operation Dynamo. Ok. Gut. Gut. Gibt es ein Schiff dazu oder was? Ne. Steht nichts drin vom Schiffen. also ich sehe nix auf jeden fall die balansänderung bei japanischen zerstören gibt es bei sowjetischen zerstören gibt es und irgendwelche verbesserungen aber darauf gehe ich jetzt nicht ein hier ich werde noch mal ein live stream machen zu den testserver von 0.6.8 vielleicht schon morgen mittag da könnt ihr gerne zuschauen lieber zuschauer da sind wir auf den testserver unterwegs da schauen wir uns mal daran und bei den stream verlinkt ich euch dann die seite für den test in meiner beschreibung könnt ihr euch statt alles anschauen und durchlesen bis dahin sind wir jetzt noch hier unterwegs noch bisschen alles klar gut los geht's weiter zum gefecht so wieder mit der dragon unterwegs jetzt auch einer von meinen lieblings schiffen kann man sagen ich bevorzuge die takau aber von den deutschen drauf sp und hipper ist auch korrekt auf jeden fall am start so los geht's lange rede kurzer sinn naja ihr kennt hat er schon vielleicht möglich okidoki ab geht's um 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 und ich habe noch mindestens zwölf schiffe oder sogar noch mehr die die 200 prozent haben ja richtig richtig ja definitiv also beziehungsweise schon heute nicht und übermorgen auch nicht die werde ich nicht liegen lassen ja so wo geht es lang ich mache allgemein verschiedene streams von games die ich zocke muss nicht unbedingt jetzt wollte auf tank sein aber ich will auf jeden fall den marathon tag 9 morgen mitnehmen ich kann ihn auch ich kann ihn auch vorher machen ich muss ich muss nicht unbedingt jetzt mit ihr daran teilnehmen ich mache den dann mittags oder bevor wir hier anfangen oder wie auch immer ja schön schön gut zu wissen also morgen morgen ja aber da ist ja dunkel ist wie das auch einer sieht ist es für mich immer noch der tag davor also für mich morgen auch wenn das auch wenn das lächerlich klingt aber für mich vom gefühl her ist das für mich so ist nacht ist dunkel also ist morgen erst morgen ich stehe da weil ich nicht wusste jetzt wohin ja da muss man sich immer wieder ein bisschen einfahren dann geht hat so meine lieben zuschauer was sagt ihr a b oder c spaß das 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 ist das das schön an die amato noch mal auf dem 10er Schlachtskopf zu bekommen die hat eine Reichweite von über 28 km was 28 km das Schätzchen Kräftig Ja, das ist für mich eigentlich das einzig gestartet auf Stufe 10, was mich jetzt wirklich interessieren würde. Ja gut, ich muss dazu sagen, ich habe ja nur bis Stufe 8 erstmal, aber trotzdem haue ich immer ab. Also die Granaten sind übel, vor allem wenn der da als Callstar von getroffen ist. Wie gesagt, ich habe ja die Moskva, den 10er Callstar von den Russen, 14.000 Hitpoints, die hat mich mit 6 Granaten rausgenommen. One shot, weg, weiß. Ja, die haben mich auch blöd erwischt von der Seite, aber trotzdem, also absoluten Respekt, das hat noch keiner geschafft. Ja. So, weiter auf den Tripits von Q-Spawn. So, ich bin hier irgendwie verwirrt jetzt hier, mein Gott ey. Wo sind die alle? Ich sehe nur die Tripits und an der rechten Seite welche. Und Vorsicht, du kriegst gleich einen ab, von der Fuso. Wie von der Fuso? Wie geht das? Rechte Seite. Wo ist die? Äh, jetzt kann man sagen so vor dir. Kann natürlich nicht sein, weil hier ist nichts. So ist die Appets. Rechte Seite. Die kommt, die kommt, die kommt mal und verschwindet mal. Und ja, ja, ich sehe die Tripits auch. Ja, ja, klar. Die Tripits, 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 keine Ahnung. Oh Mist. Dieser Name, ey mein Gott. Ja, die ist alleine. Die ist alleine, also kann ich es anweisen. Jo. Das wird wieder nicht für mich. Tripits kommt raus aus dem Versteck. Die haut von mir ab, ich kriege einen Anfall ey. Was macht der da? Der backt sich nice. Ja, so ich bin schneller als hier. Das sollte jemand wie klar sein. Ja, ich mach 22 Minuten auf dem Reisen auch. Okay. Und er macht glaub ich nur 28. Ja. Ach da bist du. Da hab ich mich jetzt verguckt ey. Ja, ich sag ja, ich fahr da runter. Ach so. Ach so, ich hab mich jetzt verguckt. Ich dachte du stehst jetzt woanders ey. Boah, was ist. Nein, 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 nein. Das fragt mich schon gewundert, was du mir da auch von der Kongo erzählst. Ja, ja, richtig, richtig ey. Von der Fuso beziehungsweise. Ja, ja, richtig. Jetzt sehe ich das ey. Du bist da. Du bist auf linker Seite ey. Ja. Alles klar. Sorry, mein Fehler ey. Was ist los? Aber das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Nee. Weil die werden gleich unseren Böse annehmen. Ja. Da oben jetzt nicht, da oben die Jungs. Erstmal auf die Nürnberg drauf. Schön erwischt. Supi. Ja, ich werde auch schon da bist. Ja, ich reiß jetzt auch an bei jedem. Na warte nach vorne fahren, dann bin ich gleich drauf. Komm schon, laden nach ey. Erstmal auf die Carolina-Balance. Ja, schützt die Basis, ja. Schützt doch selber die Basis ey. Ja, vor allem die stehen da oben. Die stehen da oben und müssen die Basis klicken. Ja, für das geht's dann. Problem nicht mal. Ja, ja, ja. Schön erwischt die Nürnberg. Oh, oh, ich glaube die Nürnberg mag mich nicht. Oh, jetzt kriege ich die ab. Ey, uh, uh. Uuuu. Aui, auui, auui. Brenn, Nürnberg. Brenn. Komm schon, laden nach. Versuch die Nürnberg mal rauszunennen, ne? Ja, ja. Klar. Oh. Schön. Weg ist sie. Du, was hab ich da jetzt noch? Ne Nagato und die Tirpitz, ne? Tirpitz, Tirpitz. Jetzt kriegst du paar leckerchen hier. Die Tirpitz haut aber ab. Warum haut sie ab? Weil die Angst hat. Das ist doch nicht von mir, ich tu doch nichts. Nein, du bist doch lieb. Hehehe. Ja, zwei geschützten. Ja, das ist so ein schöner Hitpoint. Also normalerweise... wäre gar nicht gut gegen heute. Oh, jetzt hat die Tirpitz mich aber erwischt du. Ach, die will ich? Anscheinend. Ah, die geht auf Kreuzteil. Warum tut sie das? Tja. Ich bin ja so schön, deswegen. Oh, was ist da noch? Die Carolina. Okay. Schitter. Jetzt ist der Wurm hier drin. Ich muss mal abbremsen. Jetzt muss man weiter auf dem Ding rum. Er wehrt sich nicht. Also auf jeden Fall nicht gegen mich. Ja, du bist ja nicht so schön. Hehehe. 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 Ja, komm, ladde nach. Ja. Sag mal, du wirst lachen nicht. Ich hoffe, wir gewinnen. Hoffe ich. Ja, du bist witzlos. Die erste Runde, nachdem ich die Fahnen da untergenommen habe, und wir gewinnen. Ja, richtig. Das ist ja... Puh. Das ist ja der Kack. Das ist echt live. Das ist ja der Kack, ey. Du nimmst die Dinger ab, ey, und dann gewinnst du. Und wenn du die Dinger dran hast, verlierst du, ey. Das ist... Irgendwie... Voll mit Sugar hier. Nicht gerade. Komm, Tippets. Ich hab dich lieb. Hm, ich würde wieder machen, aber okay. Boah, der ist so gut getarnt, der geht auch 14 Kilometer zu. Brenn. Brenn, Tippets. Brenn. Wieder repariert, ey, die Sau. Und schon wieder. Brenn, Tippets. Wenn wir da auch noch AI-Ganaten. Au. Ach, Berg getroffen, ey. Schitter, ey. Ich muss da jetzt weg. Mal ein bisschen. Ins Freie. Ich will die Tierpitz. Da hast du grad die Sekundärgranaten, der Tierpitz. Ja. So, freie Bahn. Und jetzt wieder los. Schön erwischt. Ja. Ach, verdammt. Die macht mich jetzt platt. Doch nicht. Okay. Oder ab. Gut festgegangen. Ja, ja. Ich hab dich von Cap, finde ich. Ha, er wollte mich toppen. Ha, ha. Hat nicht ganz geklappt. Ach, Mist, verfehlt, ey. Guck. Guck. Hat ruhig auf Migranten vertragen. Ich hab noch vier Apparatursets. Das ist gut. Ach, verdammt. Bin weg. Brennt die Tierpitz noch kurz? Ja, ja. Die brennt noch. Ja, die ist jetzt auch raus. Die nehm ich jetzt raus. Jo, seh ich. Weißt du das? Ja. Schön. So, jetzt auf den Jungen nehm ich jetzt raus. Glückwunsch. Und? Mach dir noch her. Uah. Aber der kennt mich nicht. Also hab ich die Carolane jetzt alleine vor mir. Der wird auch lustig. Ja. Äh. Dafür bin ich normalerweise nicht. Aber ich los geht einfach. Ich bleib jetzt an. Ja, Vorsicht. Rechts kommt noch die Bismarck. Er kriegt mich nicht. Er ist eine Insel im Weg. Ja, ja. Trotzdem. Sag ich schon mal. Bescheid. Ja, ich verscheide gerade. Ich glaub die Carolane ist frontal an. Ich hab noch volle E-Points. Hm. Ich will. Einmal. Achso. onto. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, noch ein CV von den Gegnern und dann sind wir durch. Supi. Ja, 60.000 Schaden, naja, geht. Ich habe... Ich habe mal gerade 30.412 gemacht. Aber ist auch okay, soweit. Ja, was? Was wollte es? Ich dachte, ich hätte da mehr rausholen können. Ja, bestimmt. Klar. Schaden wir mal den Aufklärer, ne? Vielleicht finden wir ja noch hier am Platz. Ich habe mal einen... Wie gesagt, ist noch ein CV unterwegs von den Gegnern. Wo der jetzt ist, kann ich nichts zu sagen. Nächster Problem ist, erstens mal finden und zweitens mal ist er fast noch unsichtbar. Ja. Aber alles gut. Ich hoffe, wir gehen nicht erst mal. Ja. Aber noch zwei Sets. Sehe ich, durch den Mod, den ich habe, sehe ich, dass du dich reparierst. Ja. Ja, wenn ich jetzt noch den schönen CV finden würde, ist alles gut. Richtig. Dann haben wir auch nochmal so 30, 40.000 Hips von Zimmer abknüpfen kann. Jo. Auf jeden Fall. So, wo bist du, du Hünderschrecker? Wo bist du? Ah, da ist er. Rechte Seite. Ist er jetzt mal weitergefahren oder hat er jetzt kein Buch mehr gehabt? Anscheinend. Da würde ich die HEs nehmen, damit er abfackelt. Ist am besten für einen CV. FHP, wegen Twitter, die er dann gerade kommt. Ja. Klar, sicher. Aber... Laut der Beschreibung von Wargaming ist HE besser für einen CV. Da fackelt er schneller ab. Aber er ist okay. Aber aus 9,1 Kilometern, viermal daneben geschossen. Auf dem stehenden CV, das darfst du auch gerne erzählen. Ja, da ist irgendein Bug. Auf jeden Fall. Die haben... Die haben ja gestern ein neues Update gemacht. Und Fehlerbehebungen. Ich habe mir das nicht alles durchgelesen da. Und ich dachte, die beheben den Fehler hier, weil die Schiffe während der Fahrt am Wackeln sind. Die tanzen. Die wackeln mit dem Arsch. Und trotzdem haben die das nicht behoben, die Idioten. Naja. Schön, gewonnen. Gewonnen. Ein Sieg. Juppie. Ja, der war eigentlich überfällig. So. Was? Was? Naja. Ich habe verdammt schlecht gespielt. Okay. Ich brauche noch an die 3000 brauche ich noch, um die Smith zu kriegen. Ja, 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 okidoki. Aber ich sage mal, mir reicht es für heute. Hallo, klar. So, liebe Zuschauer. Wenn es euch bis jetzt gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch, Feedback in den Kommentaren und über ein Abo würde ich mich auch freuen. Für heute ist es Schluss mit unserem hier Livestream. Morgen wird fortgefahren. Ich denke mal, morgen Mittag so rum mache ich einen Livestream zu dem Test-Server für das Update 0.6.8. Aber trotzdem sehen wir uns später am Abend wieder hier bei dem Hauptkonto, also bei dem Live-Server. wieder mit meinem Teamkameraden Dark Leviathan-X. Also, haut rein, Käpt'ns. Wir sehen uns. und ich bedanke mich an Dark Leviathan-X. Ja, bitteschön. Dir auch noch einen schönen Tag. Schlaf gut. Ruh dich aus. Jo. Alles klar. Auf jeden Fall zocken wir nachher wieder. So. Bis denn. Ciao. 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 Ciao.